Leo Reisinger wurde am 8. Februar 1944 in Wien geboren. Nach der Matura studierte er Rechtswissenschaften und promovierte am 5. Dezember 1966 zum Doktor der Rechte. Nach einer Assistententätigkeit am Institut für Statistik der Universität Linz wechselte Reisinger mit 1. Oktober 1968 an das Institut für Statistik an der Universität Wien. Er belegte dort auch das Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, das er mit einem Magistertitel 1971 und mit der Promotion 1972 abschloss. An der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien folgte am 20. Juni 1973 seine Habilitation und damit die Lehrbefugnis für das Fach angewandte Informatik und angewandte Statistik. Einige Jahre später erhielt er seine zweite Habilitation, diesmal als Rechtsphilosophie an der Universität Graz. Als Lehrbeauftragter war er an zahlreichen Institutionen tätig. Einführungsveranstaltungen zur Rechtsinformatik an der Universität Wien hielt er bereits Anfang der 70er Jahre. Leo Reisinger war zur damaligen Zeit der Lehrende für Themen der Rechtsinformatik, vor allem an der Universität Wien. Neben dieser frühen Befassung mit dem Thema der Rechtsinformatik arbeitete er zur Gesetzesprognose, zu juristischen Datenbanken, zur automatisierten Normanalyse, zur automatisierungsunterstützten Gesetzgebung, zur automatisierten Messung juristischer Begriffe, zur Formalisierung des Rechts, aber auch zur Computer, Kriminalität und zum Datenschutz. Zwei Monografien bilden die Hauptwerke die Rechtsinformatik und die Betriebsinformatik. Leo Reisinger wurde schließlich im Jahr 1980 zum ordentlichen Professor für Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik an der Universität der Bundeswehr in München, an der er auch Dekan wurde. Er starb am 13. April 1985 seinem 42. Lebensjahr bei einem Bergunfall. Darf ich Ihnen allen einen schönen Nachmittagabend wünschen. Mein Name ist Markus Holzweber. Ich darf Sie sehr herzlich seitens der Universität Wien, des Proskreditsenters und des Universitätslehrgangs Informations- und Medienrecht herzlich hier begrüßen. Meine Rolle hier wäre vor einigen Stunden noch nicht so gewesen, dass ich hier stehe und zu Ihnen spreche. Die Grußworte hätte eigentlich Professor Forger oder Lehrgangsleiter machen sollen, der mir in der Früh aber mitgeteilt hat, dass er krankheitsbedingt leider nicht kommen konnte, wie ein paar andere, die sich entschuldigen haben lassen. Er hat sie sich aber nicht nehmen lassen, ein paar Grußworte online zu uns zu sprechen. Insofern ist er auch hinter mir hier schon zu sehen. Und ich würde dich bitten, um deine Worte. Sehr gern, Markus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Ich, wie der Markus richtig gesagt hat, bin ich leider relativ schwer erkältet. Es ist zwar angeblich kein Covid, zumindest sind die Tests negativ, aber ich will Ihnen auch nicht zumuten, sich von mir eine ordinäre Erkältung zu holen und die würde ich Ihnen wahrscheinlich übergeben, wenn ich jetzt da wäre. Das tut mir außerordentlich leid, weil ich Reisinger seit vielen Jahren beobachte, wenn ich auch nicht die Ehre hatte, ihn kennenlernen zu dürfen, weil er verstorben ist, bevor ich zu studieren begonnen habe. Aber ich habe von Beginn an, seit ich selbst begonnen habe, habe mich in dem Feld ein bisschen zu bewegen, vieles und nur Gutes über Reisinger gehört. Und deswegen wäre ich wirklich gerne heute gekommen, wesentlich auch, um von Zeitgenossen und Zeitgenossinnen ein bisschen mehr zu hören, um dann ein breiteres Bild zu kriegen. Nicht nur aus den Schriften, sondern auch aus den Erzählungen über die Person, die Biografie und die Schwerpunkte. Ich bin aber da. Ich werde auch die ganze Zeit hier sein und möglichst wenig stören, aber intensiv zuhören. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Professor Lachmeier, der die Initiative für diese Veranstaltung an uns herangetragen hat, bei Dr. Markus Holzweber, der den allergrößten Teil der organisatorischen Last getragen hat, bei all Ihnen, die Sie hier jetzt Vorträge halten werden und bei all Ihnen, die Sie einfach nur da sind, um zuzuhören und vielleicht was zu lernen oder aber Ihre Perspektive auf Reisinger beizutragen. Der Umstand, dass wir doch recht viele Anmeldungen bekommen haben, zeigt, dass es auch an solchen historisch grundlegenden Fragen ein breites Interesse nach wie vor gibt und nicht nur an denen, die halt jeden Tag irgendwie in der Zeitung stehen und vor drei Jahren vielleicht, weiß nicht, Big Data geheißen haben und heute KI heißen und wer weiß, was die nächste Mode sein wird, die durchs Dorf geht. Ich freue mich sehr. Ich danke Ihnen und ich übergebe an dich zurück, Markus, und störe ab jetzt nicht weiter, sondern höre einfach nur noch zu. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie sozusagen diese zwei Stunden mit uns etwas das Rad der Zeit zurückdrehen und mit uns etwas in der Vergangenheit nachdenken, beziehungsweise auch über heutige Implikationen. Die Kurzvorträge beginnen wir mit Professor Georg Pflug, der Mathematik, Statistik probiert hat. Nach verschiedenen Stationen, Professor an der Universität Gießen, dann auch verschiedene Gastprofessuren, dann auch letztendlich auch in Wien am Statistikinstitut war und noch immer lehrt. Es folgt dann ein Referat von Friedrich Lachmeier, der die Initialzündung zu dieser Veranstaltung gegeben hat und der sich wieder mal als Meister des Vernetzens bewiesen hat, der ohne ihn es das Rechtsinformationssystem des Bundes, des RIS, wahrscheinlich nicht so in der Form geben würde und der sich mit den verschiedensten Fragen der Logistik, der Normentheorie, der Visualisierung, der Logik, der Philosophie beschäftigt hat. Es folgt dann der Kollege Sastelli, den ich hier noch nicht gesehen habe, der in Brasilien studiert hat, promoviert hat zur Rechtsinformatik und auch zur Normentlogik und auch seine Schwerpunktfächer entsprechend auch Logik, Normentlogik, Rechtslogik sind. Peter Ebenhoch studierte in Wien und Innsbruck Rechtswissenschaften und auch Informatik, beschäftigt sich heute auch mit Fragen des Datenschutzes und über diesen Vortrag bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil ich auch im Titel lange darüber nachdenken musste, dass mir ein Wort nicht bekannt war. Das werden Sie auch nachschauen können, wie ich bedacht habe, dass es statt Abjektivität Objektivität hieße. Herr Prof. Meinrad Hanstanger, der nächste in der Reihenfolge der Rechtswissenschaften an der Universität Graz studiert hat, Senatspräsident am Verwaltungsgerichtshof, war und Lehr des Universitätsprofessors weiterhin in Graz. Und die Runde beendet. Günter Schäfbeck aus der Parlamentsdirektion, auch für ihn bekannt über Publikationen zur Rechtsinformatik, aber auch zur E-Demokratie, zur Parlamentarismusforschung und ähnlichen Gebieten. Mein Name ist Markus Holzweber. Ich bin seit ungefähr oder genau in diesem Jahr 20 Jahren am Universitätslehrgang für Informations- und Medienrecht in der Organisation tätig und wir hatten auch vor etwas mehr als zehn Jahren ein kleines Forschungsprojekt oder größeres Forschungsprojekt zur Geschichte der Informatisierung des Rechts. Und diese Geschichte, an der bin ich auch noch immer interessiert und werde auch diesbezüglich auch einen kurzen Vortrag halten. Ich würde also zuerst Herrn Prof. Pflug bitten mit seinen Ausführungen und dann werden wir kurze Zwischenprogramme einfügen. Ein paar Worte des Herrn Prof. Bruckmann und des Herrn Prof. Joa, aber zuerst werde ich Ihnen das Wort übergeben und freue mich sehr über Ihren Vortrag. Ich darf mich zuerst einmal bedanken für die Einladung. Eine Ehre für mich. Wir sprechen zu dürfen. Ich bin seit vier Jahren irritiert, war lange an diesem Institut und habe interessanterweise Jus studiert und auch Mathematik und insbesondere auch mathematische Logik. Also das erlaubt mir zu sagen, dass ich mich hier wohlfühle in dieser Thematik. Ich darf gleich beginnen, weil wir haben nicht viel Zeit. Ich habe diesen Text verfasst und hoffe, dass ich da nichts Falsches gesagt habe oder sagen werde. Ich habe geschrieben, der Kärntner Gerhard Bruckmann. Das stimmt wohl. Und den kennen Sie unter mehreren Tags. Wahlhochrechner, Club of Rome-Mitglied, Zukunftsforscher, Sonnenenergiebefürworter und Nationalratsabgeordneter. Vielleicht gibt es noch einige anderen Prädikate für Sie, aber das sind die wichtigsten, glaube ich. Habilitierte sich 1966 in Wien und wurde 1967 Professor für Statistik an der Johannes-Kepler-Universität, die gerade ein Jahr vorher überhaupt gegründet war. Er nahm den jungen Juristen Dr. Reisinger nach Linz als Assistenten mit. Das ist sozusagen der Urgrund dieser Geschichte. Aber Bruckmann wurde schon ein Jahr später an das Institut für Statistik nach Wien zurückberufen. Dieses Institut, was doch interessant ist, geht auf eine Gründung 1774 unter Maria Theresia zurück. Also es ist eine sehr alte Idee, dass man Daten, später natürlich ausgebaut von Josef II., dass man Daten aus dem gesamten Reich sammelt und zur Verfügung stellt für die, sagen wir mal, für die politische Elite. Reisinger folgte ihm als Assistent, er kam aus Wien und das Institut hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt, hat sich entwickelt sowohl in Form von den Namen dafür, als auch wo das Institut angesiedelt war. Es begann an der Fakultät für Rechtswissenschaften. Damals gab es noch die vier Grundfakultäten, wenn man so will, des Mittelalters. Und dann gab es eine neu gegründete Fakultät für Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Die wurde umbenannt in Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Informatik und heißt heute Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Statistik. Ich habe mir erlaubt, kurz die Lehrtätigkeit und die Publikationstätigkeit überblicksmäßig Ihnen vorzutragen. Ich glaube, ich brauche nicht im Einzelnen darauf eingehen. Was ich gemacht habe, ist alles, was Statistik betrifft, Rot, alles, was Informatik betrifft, Grün und alles, was, Entschuldigung, was Rechtsinformatik betrifft, Grün und alles, was Informatik, aber nicht Rechtsinformatik betrifft, Blau. Damit Sie auch sehen von der Farbgebung, wie die Entwicklung war, sozusagen. Natürlich hat es angefangen damit, dass Leo gelesen hat, Übungen zur Statistik. Damals ist das, vielleicht schaut er so, als ob er sehr wenig gemacht hätte. Man muss aber dazu sagen, dass er auch an anderen Instituten Statistikkurse gegeben hat. Damals war das sehr wichtig. Viele Institute haben gesagt, wir brauchen einen Statistikkurs, weil wir Daten sammeln und so weiter. Und da hat sich der Leo damit engagiert, auch dort Vorlesung zu halten. Ich sage nur die Vorlesung, die er am Institut für Statistik gehalten hat. Und da sehen Sie, da hat es einmal Statistik angefangen. Und im Wintersemester 71 hat er dann den ersten Schritt gewagt und hat eine Vorlesung gehalten für Einführung der Rechtsinformatik, die dann immer wieder wiederholt wurde. Dann ein Seminar aus Rechtsinformatik. Und wie Sie sehen, habe ich das auch so gemacht, dass Sie sehen, das war ein gewisser Dr. Leo Reisinger. Dann gab es einen Dr. Dr. Leo Reisinger. Der hat inzwischen hier eine Dissertation verfasst, von der ich leider Gottes, vielleicht weiß ich Sie in diesem Raum, Sie nirgends gefunden habe. Ich habe auch in der Nationalbibliothek nachgesehen und habe nichts gefunden. Also mich interessieren, was diese Dissertation beinhaltet hat. Die zweite in sozialen Wirtschaftswissenschaften. Und Sie sehen, ab 1973 heißt es dann und jetzt Dozent ist alles aus den Vorlesungsverzeichnissen. Und da kommt auch zum ersten Mal etwas Blaues vor, dann etwas Rotes und etwas Blaues wieder. Und Sie sehen, das geht hier so weiter, dass man also immer eine Mischung von diesen Themen hatte. Er hat aber also ziemlich breit natürlich, hat also Statistik-Dinge gemacht, Rechtsinformatik als sein eigentliches Steckenpferd und dann halt allgemeine Informatik oder angewandte Informatik. Und dann hier steht da so ab 1976 heißt es dann sozialen Wirtschaftswissenschaften, da hat er Statistik gelesen, aber auch Unternehmensforschung, was man jetzt so British Research bezeichnet. Und Sie sehen die ganzen Vorlesungen, die immer blauer und blauer werden, also die in die Richtung von angewandter Informatik gegangen. Und wenn Sie sich jetzt, aha, das geht so weiter bis eben, das ist die letzte Eintragung, die ich gefunden habe. In dem Vorlesungsverzeichnis heißt es dann Gastprofessor, Professor für Informatik und Statistik der Hochschulhöfer der Bundeswehr München im Wintersemester, 80 Seminar aus, angewandte Statistik. Dazu parallel sozusagen die Publikationstätigkeit, die sieht aber ein bisschen anders im Farbenspiel aus. Er hat einiges gemacht in Statistik, insbesondere eben statistisch, angewandte Statistik, Datenanalysen, Analyse, da war Arbeitsmarkt dabei und Bildungsforschung. Sie sehen das. Und aber gleich schon Beginn, auch sehr viele Publikationen in Rechtsinformatik. Und ich möchte auf eines hinweisen, das ist dieses, das I-Ging, eine formal wissenschaftliche Untersuchung des chinesischen Orakels, das ich angeschaut habe und gelesen habe. Und ich finde es ganz nett, wenn ich Ihnen etwas vorlese. Nämlich, im Vorwort schreibt er, als eigentlicher Vater dieser Arbeit ist jedoch Professor Gerhard Bruckmann vom Statistikinstitut der Universität Wien anzusprechen, der in verständnisvoller Weise auf jenen beträchtlichen Teil meiner Arbeitszeit verzichtete, der für die Fertigstellung dieser Arbeit notwendig war. Das ist vor 53 Jahren. Heute kann man nicht einem Professor nicht sagen, du musst für mich arbeiten und darfst etwas Eigenes forschen. Aber damals war das, und Herr Bruckmann war für seine Großzügigkeit damals bekannt, war das sicher kein Problem für Leo Reisinger, dass er an seiner Arbeit gearbeitet hat, auch unter Bruckmann. Zweiter Punkt. Er schreibt, dass die vorliegende Arbeit notwendigen Berechnung wurden auf der damaligen unserer Anlage gemacht, nämlich die IBM 36044. Und er hat das, die Programme, sie wurden von mir selbst geschrieben. Das ist das letzte Mal, so viel ich weiß, dass er programmiert hat. Aber er hat programmiert und das sehen Sie an diesem Text. Ganz am Schluss noch ein Absatz, der interessant ist. Last but not least, danke ich Fräulein Edith Billig. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, Herr Bruckmann. Frau Billig, Ihre Sekretärin, die den kaum lesbaren, handgeschriebenen Entwurf in mühevoller Arbeit in die Maschine tippte und mich auf Flüchtigkeiten aufmerksam machte. Auch das ist heute undenkbar. Es gibt niemanden, der einfach die handgeschriebene Texte dann abtippen muss. Das macht natürlich der Autor selbst. Ja, wenn wir weitergehen, sehen Sie da viel Grünes. Upsala, nochmal hier. Es ist viel Grünes. Das sind diese Dinge, über die wir sicherlich heute noch mehr hören werden. Es beginnt also automatisierte Normanalyse und automatische Messung durch die Begriffe und so weiter. Strukturtheorie des Rechts und EDV. Und das ist eigentlich sein, wie soll ich sagen, sein Lieblingsthema gewesen, das er mit Herzblut verfolgt hat. Das darf ich sagen, weil ich da über mit ihm gesprochen habe. Das, ja, immer wieder dann, Sie sehen, da ist auch wieder eine statistische Untersuchung, aber dann geht es weiter mit Grünem und ab und zu kommt auch Blaues hinein. Grundbegriffe, Systeminformationswissenschaften, ein Buch über Betriegsinformatik. Und hier erlaube ich mir eine Bemerkung, fassen Sie es nicht falsch auf, aber wenn man das liest hier, merkt man, dass das mit viel weniger Herzblut geschrieben ist als die Rechtsinformatik-Dinge. Also das war eigentlich sogar eine Pflichtübung und das andere war Kampf von Herzen. Also da schreibt er auch, ob ein Rechenzentrum eine Klimaanlage haben muss oder nicht, hat ihn aber nicht interessiert. So interessiert haben sie natürlich diese Probleme der Rechtsinformatik, über die er eben sehr gerne nachgedacht hat. Und Sie sehen, da ist immer mehr Grünes dabei. Also eigentlich ist das Grüne das, was sein Hauptinteresse und wo, wie gesagt, sein Herzblut war. Ich habe noch eine letzte Bemerkung dazu, nämlich, dass der, so glaube ich es, dass der Wiener Boden doch eine sehr passende Umgebung war für solche Arbeiten. Und zwar deswegen, weil sowohl der Rechtspositivismus eine Wiener Erfindung, wenn ich das mal so sagen darf, ist ohne den wir überhaupt nicht Rechtsinformatik machen können. Ja, wenn wir nicht positiv denken oder also positiv im Sinne von rechtspositiv denken, dann können wir natürlich das Ganze auch nicht formalisieren. Und natürlich dann auch die Logik. In der Logik nicht nur die klassische archistotelische Aussagenlogik, sondern eben auch die Modallogik oder das spezielle Fall, die deontische Logik, die sagt also, ist etwas reingestellt, ist etwas verboten, ist etwas geboten. Und das sind also die Prädikate, anstatt früher, also die archistotelische Logik sagt, ist das wahr oder falsch? Nicht wahr? Und diese Aussagen kann man eben in einer anderen Logikrichtung auch machen. Das hat ihn sehr interessiert. Und auch die Phasilogik, das bedeutet, dass man einem Wahrheitswert für eine gewisse Aussage nicht nur ein Null für falsch und Eins für wahr zuordnet, sondern eine Zahl zwischen Null und Eins. Und dafür gibt es auch Regeln, wie man dann Implikationen und Konjunktionen und Disjunktionen in dieser Logik, Phasilogik formalisiert. Und ich meine aber, dass er jetzt nicht in dieser Tradition gestanden ist, sondern dass er sein eigenes Willen war, ein unique selling point zu machen, was ihm ja auch hervorragend geglückt ist. Nämlich, dass er, ich habe nie gehört, dass er eben weder den Wiener Kreis noch die, vielleicht Kelsen hat er vielleicht erwähnt, aber den Wiener Kreis auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, dass trotzdem diese Tradition bei ihm spürbar war. Der letzte Absatz, den ich hier vortrage, ist, dass wir alle gekannt haben den Leo Reisinger als ein ausgeprägt allgemein gebildeter Mensch mit großem Wissen in Geschichte, Kultur und Kunstgeschichte. Ich kann mich erinnern, dass er, dass wir mal eine Ungarnreise gemacht haben und er war unser Cicerone. Überall hat er seine Einführung in Geschichte oder Kunstgeschichte uns allen dargebracht. Und es war deswegen auch seine Vorlesungen sehr beliebt, ja, das kann ich sagen, weil er, und da habe ich geschrieben wie auch Bruckmann, dem Generalistentum und nicht so sehr dem Spezialistentum zugeneigt war. Er versucht die ganze Breite sozusagen des Wissens und der Erkenntnis und auch der Erkenntnis von Mitteln an Studierende zu bringen und nicht jetzt sozusagen nur allein ein schmales, ein schmales Gebiet. Ich bin daher am Ende meiner Ausführungen. Danke Ihnen für das Zuhören und hoffe, wenn Sie oder sage, wenn Sie noch Fragen haben, für diese Zeit können Sie sehr, sehr gerne. Entschuldige, eine Sache darf ich noch sagen, Herr Bruckmann. Ich kann mich erinnern, dass er mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, nächstens beim Seminar haben wir einen Legisten bei uns. Jetzt erinnere ich mich, das war Herr Lachmeier. Und ich bin hingegangen zum Seminar. Ich habe gedacht, den möchte ich kennenlernen, der verantwortlich ist für die Texte, die wir als Juristen lernen müssen. Und das ist auch tatsächlich passiert. Und das heißt, an das kann ich mich noch ganz deutlich erinnern. Dankeschön. Es sei mir verstattet, zwei Sätze hinzuzufügen. Nicht zur Statistik, sondern zur Informatik, paradoxerweise. Zu der Zeit, als Leos Habilitationsvortrag anstand, hatte sich unter den ehrenwerten Professoren der juridischen Fakultät eine Phalanx gebildet von Persönlichkeit, die einen abgrundtiefen Hass auf alles entwickelten, was doch nur irgendwie am Rande mit Rechtsinformatik zu tun haben konnte. Ein abgrundtiefer Hass, wie ich in meinem Leben, sonst nur in einem anderen Gebiet, immer wieder kennengelernt habe bei Professoren der juridischen Fakultät, gegenüber alternativen Methoden. Wie gesagt, ein blinder Hass. Und Leo kam zu mir und sagte, was soll ich tun in dieser Situation? Ich sagte, Leo, eine Möglichkeit besteht darin, dass du in deinem Habilitationsvortrag ein paar Bereiche auswählst, in denen die Rechtsinformatik nützlich sein könnte. In jedem dieser Bereiche skizzierst du die Aufgabenstellung und die Methodik dieses Bereiches und fügst aber unmittelbar daran hinzu, welche negativen Begleiterscheinungen denkbar wären, welche allfalls sogar Gefahren. Und das machst du für einige, wie gesagt, Bereiche für die Rechtsinformatik. Jeweils Positives und Negatives verbal gleichgewichtig nebeneinander gestellt. Das hat Leo getan. Und damit war jedwedem Verlangen nach einem allfälligen Ostrachismus der Boden entzogen und die Sache ist glatt über die Bühne gegangen. Was hier ein bisschen vielleicht vernachlässigt wurde, ist Reisinger als Pionier der Wirtschaftsinformatik. Da hat er auch ein bahnbrechendes Tepa geschrieben, wo er drei Punkte angebührt hat. Weil ich nicht vorbereitet bin, weiß ich nicht mehr, was die ersten zwei Punkte waren. Aber der dritte Punkt war sehr wichtig, nämlich die Betrachtung des Betriebes als Informationssystem. Das zu einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht Ziel der Wirtschaftsinformatik war, insofern, jetzt ist es fast trivial. Wir arbeiten alle mit SAP, E-Government. All das wurde hier genau beschrieben, also wie man Formularflüsse machen könnte und so weiter. Weil der Kollege Becker vom Ministerium da ist, das hat mich damals auch inspiriert, zu sagen, okay, an sich könnte man das Stipendienwesen als solches vielleicht modellieren. Und das Ergebnis war, jawohl, das kann man totally, hundertprozentig. Das Problem ist natürlich der Datenschutz, also dass man damals, das war ja 31 Jahre her, wir haben auch Prototypen damals gemacht und man hat gesehen, das geht. Das einzige Problem war, darf man Zugriff haben zu den Noten, darf man Zugriff haben zu den Einkommen. Alles, was jetzt E-Government heißt. Also das wollte ich nur sagen. Und da war Reisinger wirklich ein Bahnbrecher, weil hier reden wir alle nur über Rechtsinformatik. Ich glaube, sein Beitrag zur Wirtschaftsinformatik hätte uns noch viele Sachen erwarten können. Leider, ja, durch sein plötzliches Ableben war das nicht möglich. Und er war, wie gesagt, sehr, sehr offen, kulturell, haben wir schon gehört. Ich kann mich erinnern, mit welcher Begeisterung er über die, er hat jüdisch genannt. Bei einem Dozenten Allerhand, er hat dann immer wieder erzählt, was er da gehört hat, bei einem Kollegen Allerhand. Also das sagt alles und auch, er war ein Attractor für brillante Studenten. Man kann verschiedener Meinung sein über Viktor Klima zum Beispiel. Viktor Klima hat nicht ohne Grund ihn als Betreuer ausgesucht und praktisch über die Telekommunikation im Internet dann seine Diplomarbeit geschrieben. Also Reisinger war eine, wirklich eine große Persönlichkeit. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in seiner Villa im Burgersdorf da eingeladen worden bin. Also in seiner Rede und so, das führt alles viel zu weit. Aber ich wollte nur sagen, also Reisinger sollte man von meiner Sicht ausgesehen, nicht nur als Rechtsinformatiker, was auch wichtig ist, sehr, sehr, sehr wichtig, aber auch als Wirtschaftsinformatiker nicht vergessen. Er war ein Pionier der Wirtschaftsinformatik. Dankeschön. Ja, wir haben so ein Programm für die vier Grundrechnungsarten einprogrammiert und Herr Reisinger wird das jetzt vorführen. Noch immer ist die Zeichnung, aber es wurde schon auf M gedrückt und wir sehen bereits Mathematik Test. Es gibt sieben mögliche Problemstellungen, nur Additionen, nur Subtraktionen und so weiter. Und als siebente Stufe eine Kombination aller. Wir sind mutig, wir drücken gleich den Siebener und erhalten die Frage, die obere Problemschranke. Diese dient dazu, um anzugeben, wie groß die Zahlen sein sollen. Wir sind noch nicht sehr sicher in den Grundrechnungsoperationen und werden daher eher nur eine kleine obere Schranke eingeben, zum Beispiel 10. Und es kommt schon das erste Problem, das durch einen Zufallsmechanismus hier auf dem Bildschirm gespielt wird. 9 weniger 1 ist gleich Fragezeichen. Das können wir zur Not noch lösen. Wir geben ein 8. Sehr gut. Der Computer gibt uns eine gute Zensur und wird sofort schwerer. Er fragt 60 dividiert durch 6. Hier sind wir nicht ganz sicher. Nehmen wir zum Beispiel einmal 12. Sie irren. Probieren Sie es noch einmal. Naja, wenn es nicht 12 ist, vielleicht ist es 15. Fehlschlag. Versuchen Sie es wieder. Geben wir einmal 10 ein. Ausgezeichnet. Und schon kommt die nächste Frage. 8 plus 2. Auf diese Art funktioniert ein derartiges Lernprogramm. Und es wäre durchaus denkbar, ein solches Lern-, also eher, sollte man sagen, Übungsprogramm, auch für viel kompliziertere Fragestellungen, als es die vier Grundrechnungsarten sind, zu konzipieren und eben dann auch zu Hause zum Einsatz zu bringen. Kann das den Lehrer ersetzen? Nun, ich sagte schon, es ist ein guter Kontrolleur, aber ich glaube, dass wie jeder Computer, ein Computer nie einen Menschen und hier besonders den Pädagogen ersetzen wird können. Einigen wir uns darauf, dass der Computer den Lehrer zwar nicht ersetzen, aber doch vielleicht ergänzen kann. Jawohl. Was könnte er da leisten, so ein Computer für zu Hause? Ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, dass ein Computer Information in den Haushalt bringen kann. Das kann nun Information sein, genau wie in einem Buch. Das heißt, wenn die Hausfrau ein Kochrezept sucht, ist es nicht mehr notwendig, dass sie das Buch aus ihrer Bibliothek herausnimmt und dort aufschlägt, sondern ebenfalls kann sie das mit dem Bildschirm tun. Wir werden sehen, dass wir nun aus diesem Programm für das Nachhilfelernen herauskommen und das nächste Programm suchen und wir haben ein Programm Menü. Hier sehen wir... Was also jetzt geschieht, ist, dass wir sozusagen ein Kochbuch aufgeschlagen haben. Ja, wir haben ein Kochbuch aufgeschlagen und sehen hier einzelne Kapitel. Speisekarte. Erstens Vorspeisen kalt. Zweitens Vorspeisen warm. Drittens Suppen. Viertens Fertiggerichte. Fünftens Frischgemachte Speisen. Also Leo, was suchen wir uns aus? Naja, ich würde glauben, um richtig einmal zu sehen, was es hier gibt, Frischgemachte Speisen ist das Richtige. Wir drücken daher auf 5. Tatsächlich, es wird uns angeboten, ein Wiener Schnitzel, ein Cordon Bleu oder Faschiertes. Ihr Wunsch? No. Naja, ich glaube, Wiener Schnitzel ist nicht schlecht. Wir nehmen daher 1 und sehen schon, Zutaten für 4 Personen, Vorbereitungen sind angegeben, Zubereitung wird angegeben und zum Schluss guter Appetit gewünscht und wie bei einer guten Hausfrau auch die Anzahl der Joule und der Kilokalorien. Ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, damit sehen Sie, dass so ein Computer für zu Hause, wenn man ihn einmal hat, auch eine sehr wichtige Fragestellung, nämlich ein Rezept, das man nachschauen möchte und vielleicht nicht gerade zur Hand hat, erfüllen kann. Ich darf Sie jetzt kurz in die Zeit entführen, seit 70er, 80er Jahren und ich möchte das tun, hier illustriert am Beispiel von Briefmarken, um zu illustrieren, das, was heute jeder in einer Tasche, Handtasche und noch viel kleiner mit sich trägt, hatte eine sehr, sehr lange, jahrzehntelange Entwicklung von entsprechenden Großgeräten bis heute diesen Miniaturausgaben. Diese Miniatarisierung, diese Verkleiderung sind hier am Beispiel von Briefmarken illustriert. Technisch erspare ich es uns, es ging von Röhren, Transistoren hin zu Mikroprozessoren, das lasse ich dahingestellt. Die Anfänge in der österreichischen Verwaltung, die finden sich schon in den 50er Jahren und genauso wie heute finden sich schon damals Ängste und Befürchtungen auf der einen Seite, der Computer nimmt die Arbeitsplätze weg, Auf der anderen Seite, Euphorie, Begeisterung, Massenvorgänge lassen sich etwa durch technische Herangehensweise, durch technischen Fortschritt viel, viel besser bewerkstelligen als mit der Hand und Papier und Bleistift. Und so kam es, dass im Jahr 59 auch im Bundesrechenzentrum die EDV-Anlagen-Einzug hielt. Und das war durchaus ein einprägsames Erlebnis, das hier vom damaligen Leiter in Empfang genommen wurde und er auch dann später noch berichtet hat, dass in dieser Zeit und auch später danach Delegationen aus allen möglichen Nationen hierher gekommen sind und sich das angesehen haben. Ministeraufwärts sind diese Barocktreppe gestiegen und haben sich diese EDV-Anlage und die Möglichkeiten, die man hier nun hatte, angesehen. Das Foto hier ist aus den 60er Jahren und zeigt eine Delegation im Strafregisteramt, aber so ähnlich wird es vielleicht auch abgespielt haben, hier schön in Schwarz-Weiß. Und was als Historiker besonders interessant ist und was nicht erforscht wurde bislang, meines Wissens nach, ist die Rolle, die die Frauen damals eingenommen haben, die umgelernt haben in Locherinnenkurse und sozusagen diese ganze Maschinerie auch aufrecht erhalten haben. Also hier gibt es durchaus Forschungsdesiderate und auch durchaus Anekdoten. Professor Schramm hat man dann später mal erzählt, dass Sekretär der Schreibkräfte, als die Computer dann in die Büros gekommen sind, durchaus Ängste hatten, mit diesem Ding überhaupt umzugehen. Und so hat man als erstes einmal ein Computerspiel dort installiert, damit es einem die Ängste vor diesen Großgeräten genommen haben. Trotz dieser Leuchtturmprojekte vielleicht im Bundesrechenzentrum und auch an anderen Stellen war Österreich insgesamt, was sozusagen die Zahl der EDV-Anlagen pro Million Arbeitskräfte angeht, relativ schlecht. Es hat, wie an diesem Kongress Datenverarbeitung in den Ende der 60er Jahre erzählt wurde oder dort gesagt wurde, man hat Österreich den vorletzten Platz eingenommen mit nur etwa 67, 68 Computeranlagen pro Million Arbeitskräfte und diesen vorletzten Platz hat man erfolgreich verteidigt. Allerdings, in dieser Zeit hat sich die öffentliche Veraltung bemüht, die Einsatzmöglichkeiten auszuloten und hier gab es auch Ende der 60er Jahre ein entsprechendes Gutachten, ob das nicht möglich, zweckmäßig und auch rechtmäßig ist, den Computer in der Verwaltung einzusetzen und man kam zum Schluss, dass es ein entsprechendes Hilfsmittel sei, das man sehr wohl verwenden könne. In den 60er Jahren hat es mediale Aufmerksamkeit gegeben, erinnert sei an unter Anführungszeichen Hochrechner der Nation, Professor Bruckmann mit der Wahlprognose in den 60er Jahren, 66 hinzu kam auch heute völlig undenkbar ein Bundeskanzler, Josef Klaus, der bei Professor Zemanek Unterricht in Kybernetik genommen hat und auch dort ein kleines Computerprogramm geschrieben hat. Zemanek selbst hat auch in dieser Zeit das Maillüfterl gebaut und auch betrieben. Man hat sich auch schon Gedanken gemacht, erste Gesetze den neuen technischen Möglichkeiten anzupassen, etwa in der Bundesabgabenordnung Ende der 60er Jahre, dass man gesagt hat, Ausführungen, die etwa in Lochkartentechnik hergestellt wurden, die bedurften nicht mehr der Schriftform oder vor allem der Unterschrift. Ein Problem, das man später immer wieder gehabt hat, braucht man unter einem Bescheid, das elektronisch erstellt wurde, wenn man Strafmandate elektronisch zugestellt bekommen hat, muss da irgendwo eine Unterschrift eines Beamten sein. Die Zeit der Ernte fällt vielleicht in die 70er Jahre. Mit verschiedensten Projekten, Justizminister Broder hat es einmal angekündigt, ein erstes Projekt sei etwa das Tilgungsgesetz, angefangen auch von statistischen Projekten, dann natürlich Dokumentationsprojekte, Rechtsdokumentationsprojekte und Umstellungen etwa von den Grundbüchern, Handelsregistern und dann natürlich auch entsprechendes Gerichtsgebührenwesen, das man automatisieren könne. Das zu einer Zeit, in der vom Justizministerium berichtet wird, dass es selbst noch keine Computeranlage in Betrieb hatte, sondern immer auf andere Einrichtungen oder Ministerien ausweichen musste. Langfristige Vorhaben alle. Es war eine spannende Zeit, eine experimentelle Zeit, eine Zeit mit Versuchsprojekten, etwa zu Beginn mit dem EDV-Versuchsprojekt Verfassungsrecht, wo man zwei Jahre versucht hat, das Verfassungsrecht abzuspeichern, zugänglich zu machen, durchsuchbar zu machen und eben auch mit Verweisketten nutzbar zu machen. Ob dieses Projekt jetzt gescheit ist oder nicht, das sei dahingestellt oder kann man andersweit bewerten. Wichtig war jedoch, dass das Wissen da war, dass gemeinsam mit der öffentlichen Hand, mit Ministerien, Universitäten und einer Firma, IBM, ein solches Großprojekt umsetzbar war und das den Raum gegeben hat für zukünftige Projekte, Sozialdokumentation, SodDoc, angeführt, bis hin etwa zum Riss. Ein Gesetz, das formulisierbar gemacht wurde in den 70er Jahren, war etwa das Tilgungsgesetz. Mit dem alten Tilgungsgesetz aus den 50er Jahren war eine Tilgung von Straftaten etwa nur möglich auf Antrag, also der Verurteilte, dessen Tilgungsfristen erreicht war, musste einen Antrag stellen und ein Gericht oder Richterspruch musste dann entscheiden, meist drei Richter im Gesetz vorgestiegen, dass diese Strafen zu tilgen, zu löschen sind. Nunmehr hat man das versucht zu automatisieren und wie es auch im Parlament heißt, mit diesem Gesetz hat man den Computer eingeschaltet in das Gesetzesleben und automatische Tilgungen eingeführt. Damit einhergehend war natürlich die Angst und Befürchtung gleich einhergehend, ersetzt der Computer den Mensch, ersetzt der Computer auch den Richter, gibt es einen automatisierten Richter, der dann über uns alle entscheiden wird. Argumente in der damaligen Zeit war, Computer ist etwas, das ein Gerät, das nach logisch-mathematischem Gesichtspunkten entscheidet und einen Richter nicht ersetzen kann, der entsprechend einen Ermessensspielraum hat und eine Willensentscheidung hier trifft. Zusammenhängend damit waren Aspekte der Sprache verbunden. Kann man Gesetzestexte in, die in einer natürlichen Sprache abgefasst sind, kann man diese in eine Computersprache transferieren, formalisieren? Hier gab es einige langjährige Diskussionen und entsprechende vehemente Befürworter, die gesagt haben, Fiedler in Deutschland, ein Gesetz muss angepasst werden, einem Computerprogramm. Reisinger war etwas moderater und hat eben versucht, Verfahren zu suchen, wie man eben eine natürliche Sprache am besten in diese Computersprache transferiert. Und Problem war natürlich die, oder sind immer noch in der Gesetzessprache vorherrschenden Bestimmungen, wie das etwas maßgeblich ist oder das etwas einen Ermessensspielraum, einen Richter erlaubt, die ihm nicht so leicht von einem Computer in 0 und 1 zu übersetzen sind. Zentral in den 70er Jahren war die Diskussion um ein Datenschutzgesetz, um den Schutz der Daten, dass die Anfänge reichen schon in den 60er Jahren zurück, als es ging Persönlichkeitsrechte zu wahren. Aber man erkannte dann in den 70er Jahren, dass diese Daten und diese Datenbanken, die ihm entstehen, waren, man konnte die damals an ein paar Händen abzählen, es gab Datenbanken im Passwesen, im Meldewesen, gerade auch für den Bereich der Sozialversicherung, sodass auch in den Zeitungen gesprochen wurden, dass 90 Prozent der Österreicher in der damaligen Zeit schon computerisiert waren. Und man erkannte, dass hier eine neue Qualität an Datenvernetzung möglich war, die eben nicht mehr durch gängige Praxis lösbar war. Schutz der Daten hat zum Beispiel geheißen, dass man zugesperrt hat, dass man Passwörter vergeben hat, dass Räume sicher gemacht wurden, weil diese Geräte nicht hierher gepasst haben, sondern haben ein Gewicht von einer halben Tonne gehabt, also mussten die statisch sicher gemacht werden, um hier diese Daten zu schützen. Und man erkannte, dass durch diese Vernetzung, durch diese Datenbankprojekte eben solche Sicherungssysteme nicht mehr ausreichend waren und auch bestehende Sicherungssysteme wie Abtsverschwiegenheit nicht mehr ausreichend waren. Und man hat hier quasi das Jahrzehnt der 70er Jahre bis zum Gesetzesbeschluss 78 parlamentarisch diskutiert. Auf der einen Seite DSPÖ Staatssekretär Weselsky auf der anderen Seite von der ÖVP Professor Ermakora, die sich hier einige Duelle auch geliefert haben, parlamentarischen Diskurs, aber am Leben und am Laufen gehalten haben und letztendlich hat dann Österreich als neunter Staat weltweit ein solches Datenschutzgesetz mit einem Grundrecht auf Datenschutz erhalten. In der Beurteilung dieser Gesetze fällt auf, dass der Nationalrat damals seine Rolle als Notar, wenn man so will, eher Regierungsvorlagen durchwiegt, unterschreibt, beglaubigt, verlassen hat und hier selber gesetzespolitisch tätig wurde durch verschiedene Enqueten, durch verschiedene Befragungen von Fachleuten, die es damals sehr, sehr wenig gab. Und einer dieser Fachleute war auch Leo Reisinger, der auch dazu geladen wurde und der zu allen diesen Dingen, die damals diskutiert wurden von Normenanalyse, von logistischen Problemen hin zu Computerstrafrecht bis hin zum Datenschutzrecht etwas zu sagen hatte. Das ist aus der heutigen Sicht, wenn man die Dinge durchblättert, vielleicht für einen Juristen und da sieht man auch die Schwierigkeit, die verbindende Sprache zwischen Juristen und Technikern immer wieder das immer wieder aufpoppt, die man hier vielleicht nicht erwarten würde, wenn man einen Aufsatz zur Strukturtheorie von Recht und Informatik sich ansieht, dass man hier solche Art von Tabellen mit Null und Einsen hat, wo man am ersten Blick oder am zweiten oder überhaupt am dritten nicht weiß, was dann damit gemeint ist und ich verhobe ihn, dass im Text ein bisschen mehr dazu steht, aber er hatte zu all diesen Themen eine Meinung und abschließend sei gesagt, Er hat schon 1971 erkannt, dass man die Ausbildung reformieren müsse und dass Inhalte der Rechtsinformatik jedenfalls auch Teil der Juristenausbildung sein müssen, sei es damals vorgeschlagen als Teil von Wahlfächern, sei es aber vielleicht auch in Form von postgradualen Studien und wir sind hier in den Räumlichkeiten beziehungsweise wir haben hier als Universitätslehrgang Information und Medienrecht auch diese Veranstaltung mit organisiert, diesen Lehrgang gibt es auch seit 25 Jahren und an dieser Stelle muss man Neo Reisinger zugestehen, diese Wichtigkeit hat er erkannt, Recht hat er gehabt. Dankeschön. Also die Ausgangssituation damals war in den 60er Jahren dass immer noch die traditionelle Lehre vorhanden war, aber die noch zurückkommen war es nicht. Prima. Also die traditionelle Lehre war vorhanden und dann kam ein ganz wundersames Buch daher, das war die reine Rechtslehre von Hans Helsen, das hat ein völlig neues Denken mit sich gebracht, nämlich eine Betonung des Formalen und einen völlig anderen Ansatz und ich habe das damals als sehr, also wundersam empfunden, nämlich hier gleichsam Theorie zu machen, abgehoben von den handwerklichen Alltagszwängen des Gesetzes Interpretation. Ich komme mit dem nicht auf das ja. Das gab damals, ich habe auch einen anderen Sitz gehabt, aber das ist dieser hier. Ja, es gab eben der nächste Schritt, der nach Kälte kam und der dann von dem Finneherr von Hennig von Brick war dann die Rechtslogik, sogenannte Rechtslogik, ob das wirklich eine eigene spezifische Logik ist oder eine Anwendung, das ist nicht ganz klar gewesen, aber Weinberger oder Weinberger hat ein wundersames Buch geschrieben, die Rechtslogik und was da drinnen steht, ist im Wesentlichen richtig, würde ich sagen, auch heute noch richtig. Er war der Horizont damals, in den 70er Jahren, er war sehr konventionell, korrekt, konventionell und das, was er gesagt hat, das hat gestimmt. Ein bisschen anders, Ilma Damero, das war ein experimenteller Denker, der kam aus Australien, war vorher in Estland und hat immer experimentiert mit Symbolen, mit neuen Ansätzen, auch sogenannte Gegenformen, Methode entwickelt, die auf seine Weise genial war. Es gab aber damals einen IBM-Mann, mit dem ich öfters gesprochen hatte und der hat gesagt, wir haben jetzt auf sein Anliegen hin, haben wir diese Gegenformel-Methode programmiert, sagt er. Das funktioniert, eine korrekte Methode. Wir haben Folgendes gemacht, drei Teilen, wir haben eine Einstiegsmaske gemacht, wo der Damero seine Gegenformel-Methode eintragen kann. Dann nach dieser Eintrittsformel haben wir unser normales Programm genommen, haben das Ganze durchgerechnet, wie wir es immer durchrechnen und dann drittens haben wir eine Ausgabemaske gebracht, wieder mit der Gegenformel-Methode und Professor Damero hat den Eindruck gehabt, ja, es funktioniert, er konnte eben hier auch seine Ergebnisse in Gegenformel-Methode sehen. Das war einerseits sehr kreativ, Damero war Professor in Salzburg und in gewisser Weise war ich ein Schüler, vielleicht auch experimentell, wie immer, und Weinberger eben in Graz. Die beiden haben ihn habilitiert und dann kam eben Leo Reisiger und der hat zwei Eigenschaften gehabt, er war eine sehr strahlende Persönlichkeit, wie wir auch gesehen hatten, er hat Auferstehung von den Toten, gleich mit dem Sinne, plötzlich ist er wieder da, wundersam, und das zweite war er extrem professionell, also auf der Weltklassenebene war er einfach Oberste Schicht, er hat funktioniert und er hat auch damals übernommen dieses System von Alcoron und Polygin, das war Argentinier, er hat übernommen die Normative Systems und hat das in die Diskussion hineingebracht, also aus meiner Sicht hat er oder hätte er noch sehr weitgehend im internationalen Bereich Österreich da hineingeführt, er hat gestern Türen aufgemacht, aber ist die Türen nicht immer durchgegangen und wenn wir hier sitzen, da ist am 10 wird durch die Türen durchgegangen, aber Türen die er aufgemacht hat. Und dann kommt die nächste Schichte, das ist die sogenannte Rechtsinformatik, ganz maßgebig Traum Müller, der damals von der Verwaltungsinformatik gesprochen hat und aus dem ist ein Government geworden und Professor Schweighofer, dessen Verdienste gar nicht hoch eingeschätzt werden können, er hat zu 25 Jahren jetzt eine Konferenz gemacht, Iris in Salzburg, und hat dankenswerterweise diese Beiträge alle publiziert. Es sind an den 10.000 Seiten und zwar sehr altruistisch, weil die Leute haben nichts zahlen müssen. Sie haben publiziert, hunderte Autoren und das ist eine menschliche Sentimentation, gleichsam der Marmor dieses Faches, ist eben durch Schweighofer geschaffen worden. Das war schon eine Art mittlere oder Anwendungsschichte und der nächste Bereich sind die Projekte. Und da ist Österreich durchaus sehr dominant. Ich möchte Justiz erwähnen, unser Grundbuch ist übernommen worden im europäischen Bereich und auch andere Dinge, die abgewiesen Verfahren und Ähnliches. Am Anfang wohl auch RDB, weil die haben doch sehr grundlegend hier die Datenbank auf ihre Weise realisiert auf der Basis von Manz. Ich bedauere sehr, dass Manz seit einiger Zeit als Firma nicht mehr existiert und Kohlmarkt lokal ist geschlossen. Dann von ganz großer Bedeutung die Finanz Informatik Finanz Online und Winter hat er nicht nur Verdienste für Finanz Online sondern vor allem auch für das RIS. Weil wie er noch im Bundeskanzleramt war, hat er das RIS grundgelegt auch durch das zentrale Aussage System in St. Johann und ohne seine Initiative hätte das RIS überhaupt nicht gegeben. Er hat die technische Grundlage gelegt damit. Dann Kollege Schneider eine Sache, die wirklich funktioniert. Er scheint angenommen worden zu sein. in der Folie, die ich mitgebracht hatte, aber die da nicht da ist, ist auch der Name von Dr. Schrader da, weil er mit der Sozialdokumentation wesentliche Beiträge geliefert hat und auch in diesen Avantgarde-Phasen immer neue Wege gegangen ist. Er war der Erste, der die authentische Kundenmache im Internet einen bestimmten Teilbereich vorgesehen hat und das war auch ein wesentlicher Impuls. Also wir haben da mehrere Schichten. Einerseits diese Theorie-Ebene, wobei eben Leo Reisinger derjenige gewesen wäre, konjunktiv, der hier die Zukunft verkörpert hat. Dann diese Zwischenschicht, der Übergangsfeld, Rechtslogik, Rechtstheorie, rüber zur Österei mit Traum-Müller und Schweighofer und dann eine Reihe von Projekten. Typisch für die österreichische Situation ist, dass wir versucht haben, das zu verbinden. Also wir haben Projekte gemacht und denen war wieder Zeit zur Fahrt, um Projekte zu machen. Darum haben sich einmal im Jahr in der Wallfahrt in Salzburg getroffen und haben wie eine Art Wallfahrt dort nicht durch Sünden berichtet, sondern auch ihre wunderbaren Errungenschaften gebracht. Also typisch für die österreichische Situation ist eben diese Verbindung von Projektkultur einerseits, wo man auch massive Energien drin waren, auch finanzielle Mittel und auf der anderen Seite eben die Theorieebene und das hat gegenseitig durchaus stimulierend gewirkt. Ja und jetzt hat die neue Zeit schon begonnen mit einer Farbe, die schon das bisherige übersteigt, nämlich die Künstliche Intelligenz, auch hier wieder ein Thema von Iris und damit kommen ja ganz neue Dinge rein und ich gehöre noch dieser mittleren Welt hier an und weiß noch gar nicht, wie das weitergehen wird, aber es ist ganz sicher, dass hier eine ganz neue Ära begonnen hat und auch mit neuen Protagonisten. Ja und ich schließe mit dieser eine Folie, das ist das Thema des heutigen Tages. Ja erstmal vielen Dank für die Einladung, das freut mich sehr hier sprechen zu dürfen zu Leo Reisinger, eine Person, die für meine Bildungsgeschichte in diesem Fach, in der Rechtsinformatik, in der Rechtslogik, in der Normenlogik durchaus erprägend war, obwohl ich ihn nur durch seine Bücher kennenlernen durfte, teilweise schon relativ früh in meinem Studium der Rechtswissenschaft in Brasilien. Ich erzähle immer die Geschichte, der Grund, warum ich mich so gut mit diesen Klassikern auskenne, ist, in Brasilien sind die Bibliotheken ganz gut, wenn es darum geht, die Klassiker zu lesen. Modernere Literatur findet man nicht immer, aber Zugang zu Otter Weinberger, Ima Tamelo und so weiter hatte ich durchaus. Und zunächst, was ich heute, ich will heute ein bisschen über Normenlogik, Rechtslogik und normative Systeme bei Leo Reisinger, wie er diese Theorien rezipiert hat, wie er sie berücksichtigt hat in seinen Schriften. Ich habe hier eine Auswahl von einigen seiner Schriften und man sieht, die kommen, das haben wir davor auch schon gesehen, größtenteils in diesem Bereich in den 70er-Jahren, von Anfang der 70er-Jahren bis zum Ende der 70er-Jahren mit, und das wird mehr oder weniger abgeschlossen, mit diesem großartigen Buch Rechtsinformatik, meiner Meinung nach immer noch eine der besten Einführungen in dieses Fach, fast über 40 Jahren, gut 40 Jahren danach. zunächst ein historischer Überblick und auch das haben wir schon ein bisschen gesehen, das ist, glaube ich, genau ein Laserpointer, wir haben in den 70er-Jahren, und das ist eine Zeit, die ich gerne als goldenes Zeitalter der Normenlogik, der Rechtslogik nenne, und zwar, weil zu dieser Zeit hatte man sowohl von der Seite der Rechtswissenschaftler, sowohl Juristen als auch Philosophen haben sich intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Danach, und ich vermute, das ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass wir so viele großartige Denker frühzeitig verloren haben, Ilmar Tamelo, Leo Reisinger, Jürgen Rödig, das hat dazu geführt, dass die Juristen teilweise das Interesse verloren haben, das ist nicht immer der Fall gewesen, wir haben andere Namen da gehabt, aber die Normenlogik wurde dann nicht von den Juristen fortgesetzt, sondern von den Philosophen. Ich habe hier einige wichtigen, sehr prägende Schriften aus der Zeit gewählt, man wird einige kennen, wenn man sich mit dem Thema Normenlogik und so weiter beschäftigt, und die zeigen auch gut, was damals besonders beliebt war in der Forschung, also wir haben hier einerseits diesen sehr prägende Aufsatz von Bengt Hansen, Analyse of some deontic logics, da kommt auch die Bezeichnung Standard deontic logic zurück, also wenn man das kennt, davor hat man nicht von Standard deontic logic gesprochen, das kommt erst hier durch, wo im Grunde eine Rezeption von von Wrichts deontische Logik gemacht wird, das wäre quasi der Abschluss dieser ersten Phase der modernen Normenlogik, die in den 50er Jahren beginnt, mit von Wricht, mit Oskar Becker, obwohl er eigentlich nie irgendwas dazu noch veröffentlicht hat, und mit Kalinowski, die da ihre Systeme der Normenlogik, der deontischen Logik vorgeschlagen haben. Und welche Themen hatte man da, und hier vielleicht auch ein Punkt, den ich auch gerne betone, ich setze quasi als Anfang und Ende dieses goldenen Zeitalters der Normenlogik, die beiden Hauptwerke von Ilmar Tamelo, Outlines of Modern Legal Logic und Modern Logic in the Service of the Law, als Anfang und Endpunkt dieses goldenen Zeitalters. Die klassischen, die Hauptthemen, die man damals hatte, waren eben diese Unterscheidung zwischen klassischer Logik und Normenlogik. Brauchen wir im Bereich des Rechts eine besondere Logik für Normen oder können wir einfach die klassische Logik, die wir ja schon gut kennen, einfach anwenden? Ein anderes Thema, das schon ziemlich alt ist, ist das Jorgensensche Dilemma und dieses Thema wird heute noch schon relativ stark diskutiert, insbesondere von Philosophen. Die Informatiker, die dann später auch zur Diskussion Rechtsinformatik, Recht und Logik und so weiter, die beschäftigen sich mit der Frage meistens überhaupt nicht. Das Jorgensensche Dilemma ist ein urphilosophisches Problem, wenn man will, eine philosophische Aporie. Und zwar, das besteht in der Unverträglichkeit dreier Thesen. Die erste These sagt, Normen sind weder wahr noch falsch. Wenn ich jetzt sage, hier, der Tisch ist weiß, das ist eine Aussage, eine Behauptung, das kann wahr oder falsch sein. Eine Norm macht die Tür aufzumachen, wird meistens sprachphilosophisch nicht als apophantisch betrachtet, also nicht als ein wahrheitsfähiger Ausdruck betrachtet. Und die dritte These ist, dass die Logik auf Wahrheitswerten basiert. Das heißt, wie kann es sein, dass es logische Schlussfolgerungen inzwischen Normen gibt, wenn Normen weder wahr noch falsch sind? Wenn ich jetzt eine logisch gültige Konklusion so definiere, dass die Wahrheit der Prämissen dazu führt, dass die Konklusion Normen und Afortheorie eine Logik des Rechts möglich. Normative Systeme, die kamen mit diesem auch sehr prägenden Buch von Al-Churon und Bulligin, wie Professor Lachmeier soeben erzählt hat. Und das war dann auch ein neuer Ansatz. Das ist im Grunde eine Art Metaformalismus. Wir werden ein kurzes Beispiel auch gleich sehen, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Die artische deontische Logik war auch ein sehr beliebtes Thema damals. Paradoxien und Lösungsansätze. Was wir eigentlich sehen wollen, ist, wie hat Leo Reisinger sich in dieser Zeit, in den 70er-Jahren, in Anbetracht dieser Themen, die da brennend waren, das waren die Hauptthemen der Normen- und Rechtslogik von der Zeit, wie hat er sich damit mit diesen Themen auseinander gesetzt? Zunächst diese Frage zwischen einer harten und einer weichen Logik, also die klassische Logik kennen wir gut, die ist ziemlich alt und wir wissen, wie die funktioniert, also warum benutzen wir nicht einfach Prädikatenlogik, also die Logik der Aussagen, um die Rechtsnormen zu formalisieren und das ist ein Ansatz, der beispielsweise von Ilmar Tamelo gefolgt wurde und Jürgen Rödig, die meisten Juristen mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel Otter Weinberger, haben versucht, die klassische Logik einfach auf Normen anzuwenden, während die Philosophen versucht haben, eine neue Norm, eine eigentümliche Logik für das Normative zu entwickeln und Reisinger hat damals einen Ansatz gewählt, der durchaus zukunftsweisend ist, der sagt, dass diese philosophische Frage, die philosophische Aporie, die mag vielleicht interessant sein und er beschäftigt sich auch damit und er zeigt auch, wo die interessanten Fragestellungen sind, aber er sagt, wenn wir jetzt was aufbauen wollen, konkret, dann sollten wir eher pragmatisch denken. Es kann sein, je nachdem, was ich formalisieren will, in welchem Rechtsbereich ich mich bewege, dass die deontische Logik, so eine eigentümliche Normenlogik besser ist und es kann sein, dass die klassische Logik effizienter sein wird. Und das ist sehr zukunftsweise das sind Ansätze, die heutzutage noch gefolgt werden. Dennoch, wie gesagt, beschäftige er sich auch mit diesen theoretischen und philosophischen Fragestellungen auf einer Weise, die zeigt, dass er durchaus die Probleme verstanden hat. Das ist auch eine sehr reife, seine Schriften, wenn er sich mit diesen Themen beschäftigt, sind durchaus sehr reif und insbesondere mit interessanten Vergleichen, zum Beispiel dieser Vergleich zwischen dem Mio-Gensischen Dilemma und Grenzen symbolischer Methoden Richtung Gödel und Alonso Church und so weiter, das sind so allgemein Grenzen von Problemen, die man mit formaler Logik, mit mathematischer Logik lösen kann. Das findet man damals nur bei ihm. Danach gab es andere Menschen, ein bisschen in dieser Richtung versucht haben zu argumentieren. Ich auch eingeschlossen das findet man schon relativ früh bei Leo Reisen. Was ich auch unbedingt erwähnen will, ist eine besondere Leistung hinsichtlich der Geschichte der Normen und Rechtslogik. Das ist eine Zeit, damals dachte man, Normenlogik, dieses Fach begann in den 50er-Jahren mit von Wricht, mit Kalinowski und mit Oskar Becker. Kalinowski in diesem Buch von 72 hat schon erwähnt, es gibt auch eine Vorgeschichte der Normenlogik in den 20ern, in den 30ern Jahren, Alf Ross, viele werden auch seine Bücher dazu kennen, selbst das jorgensische Dilemma ist aus 1938 und auch davor gibt es viel bei Leibniz, viel bei Christian Wolf, Begriffsjurisprudenz, im frühen Rechtspositivismus und diese Dinge werden von Leo Reisinger auch auf eine sehr beeindruckende Weise in diesem Buch diskutiert, das heißt auch zur Geschichte der Normen und der Rechtslogik kann ich dieses großartige Einführungswerk stark empfehlen. Wenn es um normative Systeme geht, normative Systeme, die sind eine Art Metaformalismus, entwickelt von Alchoron und Polygin, die fangen, wie wird das eigentlich definiert, das ist relativ sperrig, später hat man das System maßgeblich vereinfacht durch die Vorstellung von Input-Output-Logic, Input-Output-Logic, wenn man den Namen kennt, das geht auf diese normativen Systeme zurück. Und wie machen die das? Die definieren eine Reihe von Mengen, so ein Universe of Discourse, Universe of Actions, Universe of Properties, Universe of Cases und so weiter. Und die Definition steht ja hier, zum Beispiel Universe of Discourse, Set of all states of affairs, identified by some property und so weiter. Ich werde in Anbetracht der Zeit nicht so tief in die Sache reingehen. Ich wollte nur so ein Beispiel zeigen, wie man das da benutzen könnte. Das Beispiel ist ganz einfach, man hat hier ein Auto und die Frage ist, darf dieses Auto diesen nicht identifizierten Gegenstand überwinden, indem hier diese Trajektorie, diesen Pfad Tau, das Auto diesen Pfad nimmt. Und wenn man das so kodiert in diesem System, in diesem Paradigma von Normative Systems sieht das so aus, Universe of Discourse ist der Fall, worum es geht, und dann Universe of Action sind die zwei Handlungen, die da möglich sind. Ich habe hier der Einfachheit halber gesagt, man kann entweder Tau nehmen oder nicht Tau nehmen, also diese Tilde Tau heißt nicht Tau, und Universe of Properties, das sind Eigenschaften, die diesen Universe of Discourse teilen. Und man macht es immer so, dass es eine zweierartige Teilung und was hier steht, ist zum Beispiel, dass O ein Verkehrsteilnehmer ist, also dieser Objekt O ist ein Verkehrsteilnehmer, zum Beispiel ein anderes Auto, das auch fährt, oder O ist kein Verkehrsteilnehmer, Tilde O Verkehrsteilnehmer und zum Beispiel eine tote Kuh auf der Straße, irgendwas, was nicht am Verkehr teilnimmt. Und diese Eigenschaften sind wichtig und die kommen letztendlich durch das Gesetz und steht hier Normsfragezeichen, wenn man sich mit der Deutschen Straßenverkehrsordnung beschäftigt, findet man da zwei einschlägige Normen. Einerseits die Norm des Vorbeifahrens und implizit ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass man vorbeifahren darf, auch wenn im Falle einer durchgezogenen Linie, das ist dann die andere einschlägige Norm, denn hier sehen wir, da ist eine durchgezogene Linie und dann kommen wir zu diesem Ergebnis. Also so sieht's aus und nach Alchoron und Bulligan könnte man mit dieser Struktur dann Ergebnisse für Fälle finden und der größte Vorteil dieses Ansatzes ist, dass wir uns immer einschränken auf einen spezifischen Universe of Discourse, das heißt wir können dann vermeiden, dass unsere Sprache zu reich wird, dass wir dann plötzlich seltsame Dinge paradoxieren und so weiter ableiten. Allerdings hat Leo Reisinger bemerkt, dass man auch in diesem Ansatz ein Problem hatte, nämlich diese Zweiteilung des Universe of Discourse durch die Eigenschaften hat dazu geführt, dass man, wenn man dann eine Dreiteilung hat, zum Beispiel im Strafrecht ist es manchmal relevant zu bestimmen, ob man jünger als 14 ist, zwischen 14 und 16 oder älter als 16 ist. Wenn man so eine Teilung in drei hat oder in vier oder in fünf verschiedene Eigenschaften funktioniert das plötzlich nicht mehr und das ist schon eine sehr starke Einschränkung für so ein System insbesondere wenn es anwendbar sein soll und Leo Reisinger hat dann vorgeschlagen dass wir das ändern also dieses OP durch eine andere Menge ersetzen und ohne viel auf Details eingehen zu wollen was er da im Grunde macht ist innerhalb dieser Ausbreitungen des Tatbestands diese Ausprägungen der Tatbestands Merkmal was er da macht ist der schafft eine mehrwertige Logik und dieses Prinzip des Terzio Nondator also wahr oder falsch wird zum Beispiel zu einem nicht gegebenen vierten das heißt ich habe zum Beispiel drei Wahrheitswerte das heißt es sind entweder A1 A2 oder A3 und so weiter und ich kann das für eine beliebige Anzahl definieren ich wollte darauf hinweisen das ist kein Zufall das geht sicherlich auf seine Tätigkeit seine Beschäftigung mit Fuzzy Logic wie wir gesehen haben mit mehrwertiger Logik mit mehrwertigen Mengen zurück ich schließe ganz schnell reisender anwendungsorientierte Ansatz zur Normlogik war besonders zukunftsweisend philosophische Fragestellungen sind ja wichtig aber wir wollen ja auch was Konkretes bauen das ist quasi diese Denkweise des Ingenieurs die ja auch für mich als ich bin eher ein Philosoph ich beschäftige mich meistens mit diesen abstrakten Fragestellungen aber ich weiß zu schätzen wenn ich dann mit Ingenieuren zusammenarbeiten kann wo die sagen ja philosophische Aporien hin und her wir wollen was Konkretes tun seine Erforschung zur Geschichte und dazu dann auch zu diesen philosophischen Fragestellungen sind durchaus beeindruckend wenn man von heute aus heutiger Perspektive betrachtet und seine Schriften vergleichen kann mit den Schriften die zur selben Zeit veröffentlicht worden sind und wenn man sich heute mit Input Output Logic beschäftigt das ist die historische Fortsetzung dieser Geschichte dieser Theorie der normativen Systeme hier gibt gibt es viele Systeme die immer noch dieses Problem haben von der Zweiteilung das heißt die Kollegen haben Reisinger nicht gelesen hätten sie das getan hätten sie viel bessere Systeme aufbauen können vielen Dank können sehr geehrte was ihnen was ihnen nicht gefällt einfach mir die wir leben in einer also die Wissenschaft hat das Ziel Regeln zu erkennen die die Zeit überdauern die eben nicht im Newsfeed verschwinden und die eben nicht die Schlagzeilen von morgen wieder überholt sind und in diesem Bestreben gültige lange geltende Regeln zu finden stellt sich die Frage ob da nicht ein Widerspruch ist zur heutigen Zeit der vielen Krisen der Herausforderungen der Veränderungen ob also nicht gewissermaßen die Wissenschaft ein bisschen zu langsam ist für die heutige Zeit und was sie heute auch noch beitragen kann um die Probleme die wir haben zu lösen und was ich Ihnen zeigen möchte das ist inspiriert von Leo Reisinger Ansätze wie wir eben die Wissenschaft wissenschaftliche Methoden nutzen können um eben gerade die heute drängenden Probleme unserer Zeit zu lösen 1971 erschien dieses Buch Normative Systems von Hulligan und Alchoron es wurde heute schon mehrfach erwähnt und im Begleittext war hier zu lesen dass one of the sources of this complexity lies in the absence of a well established pre analytical basis for formal studies das heißt es fehlt hier an Untersuchungen wie diese formalen Studien sich analytisch einsortieren können wie man eben das Recht mit formalen Mitteln erschließen kann und das glaube ich war wirklich die Aufgabenstellung auf der auch Friedrich Lachmeier hat uns so schön gezeigt an der ganze Rechtsinformatik gearbeitet hat an der sie bis heute arbeitet und auch was wir heute als Digitalisierung des Rechts und auch im Rahmen von KI als Probleme sehen das ist letztendlich vor diesem Hintergrund oder kann vor diesem Hintergrund gesehen werden und wenn jetzt jemand hier wirklich geliefert hat Antworten geliefert hat dann war das aus meiner Sicht eben Leo Reisinger er hat eine Vielzahl von heute noch spannend zu lesenden sehr tiefgründigen Artikeln geschrieben die genau in diesem Bereich zwischen Recht Formalisierung Klarheit schaffen und die eben auch diese ganz im Sinne von Kelsen mit dem Rechtspositivismus und der Klarheit hier als Cover logistische Analyse der Struktur von Gesetzen so sagen wir mit Friedrich Lachmeier einfach Transparenz hineinbringen die auch durchaus das bestreben haben das Recht aus diesem juristischen Eck zu holen es ins Licht zu holen transparent zu machen nachvollziehbar zu machen aus früheren Herrschaftsansprüchen demokratisch greifbar zu machen und bis hin zum Werk Rechtsinformatik das eben das ist der kleine Fehler der zu finden war das ist von 1977 und nicht sondern von 1975 bis hin zum Werk Rechtsinformatik das eben auch noch heute mit Gewinn gelesen werden werden kann und alleine hier könnte schon aufhören wir könnten hier das bewundern erst recht wenn man die kurze Wirkungszeit bedenkt die Leber Reisinger nur hatte es wäre eigentlich schon wirklich eine satte Ernte könnte man sagen das spannende für mich jetzt ist folgendes dass Leber Reisinger hier erst so richtig losgelegt hat Sie sehen jetzt als Hintergrund einen Muskelzellkern eingeblendet und tatsächlich hat der auch an Arbeit mitgewirkt über die Länge der Arterie wie alles im Angiogramm zum Beispiel oder eben über Muskelzellkern und Flächendichte nach Ultraschalleinwirkung also da sind doch da fragt man sich ja doch kann das die gleiche Person sein die zu diesen Themen auch schreibt das ist ja doch vollkommen ein anderes Fachgebiet und es geht hier weiter also die normativen Systeme haben wir heute schon einiges gehört dann eben biologische Systeme wie ich als zwei Beispiele gebracht habe aber auch soziale Systeme und dabei auch zum Beispiel some statistical problems of migration the Austrian case also das würde ich heute auch noch super relevant ansehen und daraus stammt auch das Zitat hier auch dem kann man nur beipflichten wenn man heute über Migration und diese heiklen Sachen spricht dass man die Annahmen offenlegen kann und wir sehen hier wie Leo Reisinger unerschrocken seine diese formal wissenschaftliche statistische Methode eingesetzt hat um hier Klarheit zu schaffen und um hier einfach unerschrocken obwohl es eben ein anderes oder jedes Fachgebiet sich diesen Fragen einfach zu stellen bis hin zur Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Notengebung 1971 könnte auch heute interessant so lesen wenn man das heute anwenden würde und das obskurste wir haben das heute schon gehört im Einleitungsreferat für mich das obskurste das Buch der Wandlungen diese auch Sehnsucht Bibel der Hippies hätte ich fast gesagt fernöstlicher Weisheiten das Buch der Wandlungen ich meine ausgerechnet das Buch der Wandlungen als Objekt für eine formal wissenschaftliche Untersuchung zu nehmen das ist und ja nochmal danke Professor Bruckmann dass Sie da die Zeit auch gewährt haben weil das doch erstaunlich ist also wie was wie kommt es dazu gewissermaßen oder was ist da dahinter wenn wir uns dem Vorwort hier umtun zu dieser Arbeit über das hier ging dann schreibt Leo Reisinger dass es immer mehr die wissenschaftliche Arbeit immer mehr Gegenstand wissenschaftlicher Zusammenarbeit sein kann und interdisziplinäre Zusammenarbeit und dass gerade die vorliegende Arbeit ein Verweis dafür sei sie zeigt dass formal wissenschaftliche Methoden mit Erfolg auf Gebieten anwendbar sind die bislang Gegenstände rein geisteswissenschaftlich betrachten so als sie waren also das ist etwas was wir heute noch wirklich auch nutzen können diesen Gedanken dass wir auch formal wissenschaftliche Methoden einsetzen können um interdisziplinär zusammenzuarbeiten und dass sie auch auf Gebieten anwendbar sind bei denen man das zunächst einmal die Summe für mich oder die Zusammenfassung das sagen wir mal was ich jetzt hier von ihm lernen kann von Leo Reisinger das ist Formalization in its proper sense auch ein Zitat von ihm das heißt dass man wenn man wissenschaftlich vorgeht dass man mit einer bescheidenen Absicht vorgeht dass man auch akzeptiert dass Ergebnisse vorläufig sind dass man fokussiert vorgeht und dass man unvoreingenommen und ja einfach mit einer bestimmten Absicht auch mit einer bestimmten Passion wissenschaftlich an die Sachen herangehen kann und in diesem Sinn verstanden ist diese wissenschaftliche Methode kontextsensitiv aber auch kontextmächtig das heißt man könnte eigentlich die wissenschaftliche Methode auch heute noch für fast alle Gebiete anwenden wenn man wollte und wenn man sie noch mit der Idee also der Visualisierung verknüpft dann kann auch die wissenschaftliche Methode helfen um Probleme in unserem Dasein und gerade auch die drängenden Probleme meiner Meinung nach transparent aufzuarbeiten nachvollziehbar zu machen intersubjektiv zu machen und damit auch zu einer Objektivierung zu führen ich habe jetzt hier noch es wäre schwierig oder ich möchte im Jahr 2024 jetzt auch noch auf KI natürlich eingehen ich kann es hier nur anreißen die Leva Reisinger hat vor allem sich in diesem grauen Kästchen hier umgetan da geht es um das Kalkül also um diese Wahrscheinlichkeit also P-Probability und die KI die wir kennen basiert jetzt vor allem die aktuell eingesetzte auf dieser Wahrscheinlichkeit dass ich eben aufgrund existierender Texte Schlüsse ziehe auf neue Texte oder neue Ideen und ich Sondern eben weil es nur um die Formalisierung des Rechtssystems geht und das heißt ich kann und Leo Reisinger war wirklich Wirdos darin es gibt hier im grauen Bereich schon in der Formalisierung schon Probleme ich kann nur Klammer aufmachen zum Beispiel Gödel Unvollständigkeitssatz auch andere Probleme die gibt es schon innerhalb der Formalisierung Reisinger hat aber sehr treffend und immer wieder erkannt dass das Problem eigentlich auch dann sein kann der Bezug dieser formalen Logik zur Semantik und zur Pragmatik das heißt unserer realen Lebensumwelt und zum eigentlichen Sinn des Ganzen und er schreibt hier zum Beispiel welcher Ansatz sinnvoll und praktikabel ist muss durch Substanz Überlegungen Substanz wissenschaftlich Überlegungen und nicht durch formal wissenschaftliche Überlegungen entschieden werden das heißt es gibt auch Dinge die außerhalb des formal wissenschaftlichen sind und das sind dann aber eben auch Probleme die beachtet werden sollten und entsprechend und ich kann jetzt hier noch persönlich einbringen ich bin als Datenschützer eines Startups im Gesundheitswesen unterwegs in der Schweiz und es ist so wir haben auch im Datenschutz wir haben dieses utilitaristische man möchte die Daten für alles nutzen man möchte sekundär Nutzung haben man möchte das einfach verwenden und damit auch Geld verdienen es geht dabei aber oft es gehen die Werte sind zweifelhaft können zweifelhaft sein die Bedürfnisse dahinter und das hingeht oft ganz verloren und das ist das bei dem sich Leo Reising meiner Meinung nach immer ganz klar bewusst war was ist eben innerhalb dieses formal wissenschaftlichen Ansatz und was muss ich von außerhalb berücksichtigen und ich kann das hier ganz konkret in die Gegenwart holen wir sehen hier rechts das Schufa-Urteil vom EuGH vom 7. Dezember 2023 das ist jetzt knapp zwei Monate alt wir sehen hier links Zitate von Leo Reisinger und Sie sehen hier dass der EuGH erkannt eben dass das Problem diese innerhalb des grauen Kästchens sag ich mal die Verfahren die müssen sicher sein die müssen geprüft werden ich brauche hier eine Risikoabschätzung und der EuGH sagt hier aber dass ich auch außerhalb was ich als außerhalb des grauen Kästchens bezeichnet habe die Semantik und die Pragmatik die dass tatsächlich die Personen zu Wort kommen dass man die Menschen noch teilhaben lässt an dem was passiert das muss natürlich auch möglich sein es darf nicht nur auf die Formalisierung geachtet werden es muss auch dass die ganze Lebensumwelt Lebenswirklichkeit reingeholt werden und entsprechend das schreibt hier das muss man halt wissen was hier gemeint ist es ist ein bisschen technisch geschrieben aber das Problem der praktischen Anwendung der Phasis Theorie besteht auch in der Definition interpersonale Prozeduren um die Bedeutung festzulegen ich brauche auch tatsächlich menschliche Interaktionen um hier diese KI erst mit Leben mit Inhalt zu erfüllen beziehungsweise äußert hier Leo Reisinger auch Zweifel an den Möglichkeiten eines umfassenden operationalisierbaren Modells überhaupt also auch hier muss man wissen was kann das System was kann es eben nicht und zuletzt schreibt er explizit es handelt sich hier in der Regel bei diesen auch KI ansetzen um Konditionalprogramme die pragmatische Dimension wird überhaupt nicht und die semantische nur in Einzelaspekten berücksichtigt das ist genau das was jetzt Rechts EuGH eben einfordert wir müssen hier auch die konkrete Lebenssituation hereinwunden und das ist für mich wirklich bestechend auch welche Aktualität es hat und was wir hier auch selber mitnehmen können wenn wir uns mit diesen Fragen eben beschäftigen ich Gedicht von ihm gefunden das hat er geschrieben als er bei dem Institut aufgehört hat und er hat geschrieben dass er da offenbar in der Situation schlaff zurückblieb und stumpf Kaffee sich einverleibt hat wer von uns kennt das nicht auch manchmal im Alltag und was da weil man um die Ohren man nur bekommt was der DV-Anlage befrommt also was die DV-Anlage liefert das muss man halt einfach schlucken und es belegt uns auch oft das Mittagsbrot das heißt das ist wir verdienen wir arbeiten dafür wir verdienen damit Geld wir bekommen auch es wird uns vermittelt dass eben die Wirtschaft wächst wenn wir das tun aber das ist ihm dann doch irgendwie taugt ihm nicht es wird nun doch Zeit damals sich aus dieser Rolle verabzuschieden also das das ist auch für mich jetzt der Aufruf wir müssen hier nicht alles mithüpfen was da uns angeboten wird an wohlfeilen Automatisierungsoptionen wir können uns dann auch verabschieden wir müssen nicht alles was der DV-Anlage Front hier einfach so schlucken ja noch ein paar Bezugspunkte aktuelle und zwar einige Personen die mir dazu einfallen mit denen Leo Reisinger meiner Meinung nach auf Augenhöhe war das ist zum Beispiel George Spencer Braun mit seinem Buch Wahrscheinlichkeit und Wissenschaft der sich auch mit der Frage beschäftigt eben ja was wie hängt das eben zusammen wie hängt Probability und eben ein logisches Kalkül zusammen spannend auch Donald Erwin Knuth ein großer Senior der Informatik ein großer Professor der hat auch ein Buch geschrieben da hat er die Bibel formal wissenschaftlich untersucht also auch eine ähnliche Idee wie hier bei mir ging Neo Reisinger über die was mir noch auffällt eben über die Werte der Menschen im Kosmos also die Frage welche Wert Ordnungen gibt es die man auch hier beachten kann und und als Methoden den Logical Thinking Process Cinefin Framework World Maps und ganz aktuell ist diese Idee der Metamodernity von Hansi Freinach das ist ein Pseudonym deshalb in Anführungszeichen also das sind so Denkansätze wie man eben wissenschaftliche Methoden auch heute noch sinnvoll einsetzen kann so wie das aus meiner Sicht eben Leo Reisinger uns vorgemacht hat und in diesem Sinn vielen Dank ich hoffe es waren ein paar Anregungen dabei für Sie ich habe selber bei der Vorbereitung eine Freude gehabt oder war selber erstaunt zu sehen wie aktuell diese Themen sind und ich glaube dass wir wirklich auch mehr Wissenschaft im Sinne im Stile in diesem passionierten kontextbezogenen also intentionalen aufklärerischen Stile von Leo Reisinger brauchen könnten weil Probleme haben wir ja genug die wir gemeinsam lösen können vielen Dank meine sehr geehrten Damen und Herren danke vielmals Leo Reisinger den ich leider nicht kennengelernt habe hat sich auch mit Gesetzgebungslehre beschäftigt mit Logistik mein Part in diesem Kontext ist eher allgemein über die Gesetzgebung über Logistik zu sprechen Günter Schäfbeck wird dann mehr auf Leo Reisinger eingehen und ich bin schon sehr gespannt die Gesetzgebungslehre wird gelehrt an einigen Universitäten mittlerweile an einigen rechtswissenschaftlichen Fakultäten und sehr drei Dimensionen zentriert ist diese Gesetzgebung Gesetzgebungslehre Logistik auf das Gesetz auf das Pathos das dem Gesetz in ihr wohnt nämlich Vernunft und Gerechtigkeit in Einklang zu bringen auf parlamentarischer Ebene in unseren Verfassungssystemen die drei Dimensionen betreffen den Inhalt des Gesetzes da geht es um die Frage was wie wird ein gutes Gesetz entwickelt vom Inhalt her das zweite ist der Prozess der Gesetzgebung vorparlamentarisch parlamentarisch nachparlamentarisch und das dritte ist die rechtstechnische Gestaltung das heißt wie schreibt man Gesetze wie formuliert man Gesetze wie systematisiert man Rechtsvorschriften und wie systematisiert man Rechtsordnungen wie schafft man es eine Rechtsordnung halbwegs wie einen geordneten Garten zu bestellen das Gesetz ist die Drehscheibe zwischen Demokratie und Recht und ist daher eigentlich sehr zentral der Begriff Gesetz ist hier in einem etwas weiteren Sinn verstanden erfasst auch die Verfassungen die Legalisierung das heißt das das Vergesetzlichen von der Judiziabilität von der Möglichkeit Verfassungen als Kontrollmaßstäbe zu verwenden durch Gerichte die setzt größer ein nach dem Zweiten Weltkrieg hat schon eingesetzt nach dem Ersten Weltkrieg hat Vorläufer in den konstitutionalisierten Systemen vor dem Ersten Weltkrieg und insofern ist auch die Verfassung Gesetz in diesem Sinne wie es hier verwendet wird die Rule of Law kennen wir an sich als Rechtsstaatlichkeit unter dem Begriff Rechtsstaatlichkeit Die Rule of Law hat aber in diesem Kontext eine spezifische Perspektive Die Perspektive geht dahin die Herrschaft des Rechts gegenüber der Herrschaft der bloßen Macht zu setzen und äußert sich wesentlich in zwei Punkten nämlich Berechenbarkeit des Handelns des Herrschaftsträgers und zweitens und damit unmittelbar verbunden Willkürverbot Das heißt also die Rule of Law geht hin in Richtung Verhinderung von Willkür durch entsprechende Publizität durch entsprechende Klarheit durch entsprechende Verständlichkeit von Rechtsordnungen In der Diskussion in der akademischen wird diskutiert ist die Rechtsstaatlichkeit mehr formell oder ist sie mehr materiell gehören dazu Grundrechte materiell gesehen gehört dazu Gewaltenteilung oder geht es eher um Zugänglichkeit Verständlichkeit Klarheit und Systematisierung Bei dieser Diskussion darf man nicht übersehen dass alle Formalien oder alle Formalebenen die hier angesprochen sind einen Hintergrund in einer Wertung haben das heißt es gibt einen materiellen Wert als Hintergrund für formale Erfordernisse und insofern kann man formelle und materielle Ebene nicht völlig voneinander trennen alle formalen Anforderungen die gestellt werden von Verfassungswegen an Gesetze sind letztlich unterlegt von Wertungen die sie wieder in den materiellen Elementen finden völlig trennen lässt sich das nicht es lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad voneinander separieren wenn man möchte die 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 Logistik ist oder hat eine gewisse Rückgratfunktion für die Rule of Law Nämlich gemeint gemeint jetzt gar nicht so sehr die Logistik im Sinne wie gestalte ich Gesetze gut oder wie führe ich Gesetzgebungsprozesse erfolgreich und entsprechend kurz sondern es geht um diese Formalia das heißt es geht um die Rechtstechnik im engeren Sinn das bedeutet wie formuliere ich sprachlich wie systematisiere ich Gesetze wie beispielsweise eine Aufgabe einer heutigen Klausur wie formuliere ich den Artikel 78 BVG so um dass er von der logischen Abfolge her besser gestaltet ist im Kontext des Artikel im Zusammenhang mit dem Artikel 77 BVG das sind also eigentlich Arbeiten die auf dem Papier oder mit dem Computer stattfinden ganz konkrete Formulierungstätigkeiten die aber eigentlich die Tätigkeit der Rechtstechnik im engeren Sinn ausmachen und diese Rechtstechnik im engeren Sinn hat so behaupte ich einmal auch einen gewissen rechtsstaatlichen Wert und damit einen Wert für die Rule of Law es geht einerseits um die Transparenz der Rechtsordnung das heißt also um die Ordnung des Rechts überhaupt im Wege etwa zum Beispiel Instrumentarien wie der Rechtsbereinigung Instrumentarien wie in der Sunset Legislation etc das heißt es geht um die Rechtsordnung insgesamt als zweites geht es um Rechtsanwendung das heißt es geht um den Blick auf die Anwendung des Rechts diese Anwendungsperspektive ist nicht uninteressant ist heute schon ein paar Mal erwähnt worden auch im Zusammenhang mit der Rechtsinformatik und diese Anwendungsperspektive teilt die Logistik mit der Rechtsinformatik und erhebt sich auch insofern vom Formalmodell Hans Kelsens ab Hans Kelsen war insofern nicht anwendungsorientiert sondern hat die Rechtsanwendung auch aus der Wissenschaft aus der wissenschaftlichen Betrachtung großer Modell hinausgeschoben das was die Logistik betreibt und das was Rechtsinformatik betreibt ist eigentlich mit den methodischen Standards der reinen Rechtslehre also einer besonderen Art von Rechtspositivismus Rechtsanwendung in den Blick zu nehmen und das ist auch eine Verbindung zwischen Kelsen und auch eine Abhebung von Kelsen Nun diese Rechtsanwendung diese Rechtsanwendungsperspektive ist für die Logistik ganz wesentlich weil Logisten Logistinnen schauen in die Richtung wie wird das was wir hier schreiben oder was hier geschrieben wird für denjenigen der das Gesetz wirklich erlässt oder die Verordnung wirklich erlässt wie wird sich das in der Praxis entfalten wie wird das angenommen werden wie wird diese praktische Umsetzung hat die Logistik gleichermaßen im Blick das heißt die Logistik verfolgt das was geschieht nicht nur macht also nicht nur Texte sondern verfolgt das was geschieht und um Steuerung bezüglich des faktischen Geschehens des Umsetzungsgeschehens Steuerung zu verbessern gibt es eben diese Gesetzesmaterialien also logistische Formate zur Information der Rechtsanwendung es gibt diese Begutachtungsverfahren als Input für die Logistik das heißt also mehr Sachwissen um die Zusammenhänge Vorschläge für bessere Gestaltungen von Vorschriften beispielsweise die sich in einem Begutachtungsverfahren immer ergeben und diese logistischen Vorkehrungen und Verfahren führen oder sollen dazu führen letztlich Kosten zu verringern das ist der Kontext auch vielleicht mit einem ökonomischen Denken oder mit einem es geht darum letztlich Fehler Kosten hintanzuhalten Logistik findet auch eine kleine Grenze das ist heute schon angesprochen worden mit dem Hinweis auf die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs wenn mehrere Rechtsordnungen gleichzeitig angewendet werden hat es ein Gesetzgeber schwer den anderen Gesetzgeber vollkommen zu berücksichtigen das geht wenn man das näher durchdenkt gar nicht oder vielleicht will der Gesetzgeber das auch gar nicht machen Letzteres die europäische Ebene ersteres eine nationale Umsetzungsebene und das bedeutet dass relativ viel Gewicht was das Miteinander Anwenden von Rechtsordnungen betrifft auf die Rechtsanwendung fällt die Rechtsanwendung allein die Rechtsanwendung kann eigentlich dieses Miteinander dann letztlich herstellen mir ist dann eingefallen bei dem IGH Urteil ein anderes IGH Urteil ich glaube vom 16. Jänner dieses Jahres betreffenden Datenschutz im Parlament wo es auch um Umsetzungen geht das wird jetzt in erster Linie die Logistik betreffen und erst in zweiter Linie die Rechtsanwendung aber jedenfalls hat Rechtstechnik eine strukturbildende Leistung für die Rule of Law weil ohne Ordnung ohne Verständlichkeit ohne Transparenz des Rechts kann das Rechts auch nicht seinen Beitrag oder leisten als Herrschersinstrument benutzt zu werden das darf man nicht vergessen das Recht ist ja nicht nur unter dem Fokus Herrschaft des Rechts sondern auch unter dem Fokus damit wird regiert letztlich im Sinne einer verfestigten Politik von Bedeutung die die boys soll noch ganz kurz hinweisen auf den Kreislauf den es gibt zwischen Logistik und zwischen Rechtsanwendung der letztlich zu einer Optimierung des Rechts Inhalts führen soll das heißt die Bewährung von logistisch vorbereiteten und gestalteten Gesetzen im Lauf der Rechtsanwendung führen zu einer Rückkopplung Auch das ist etwas, was die Theorie der 60er und 70er Jahre, wesentlich der 50er Jahre eher sogar noch stärker beschäftigt hat. Es kommt zu Rückkopplungsprozessen und diese Rückkopplungsprozesse stellen eigentlich einen logistischen Kreislauf dar, der für die Rule of Law ganz grundlegend ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie mir am Ende dieser Veranstaltung noch ein wenig Aufmerksamkeit schenken wollen. Ich stelle an den Beginn meiner hoffentlich kurzen Ausführungen ein Zitat von Friedrich Lachmeier und Leo Reisinger. Die meisten Fehler in der Gesetzgebung sind durchaus vermeidbar. Warum ausgerechnet dieses Zitat? Weil es in einer Hinsicht typisch ist für die Zugangsweise zur Gesetzgebung, die häufig auf das Gesetz als Mangelwesen blickt. Das Gesetz wird nicht nur von den Rechtsunterworfenen, sondern auch von der Wissenschaft, aber auch von den Legisten selber. Man lese nur einmal die Gutachten des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes zu den meisten bei Ministerialentwürfen als mangelhaft gesehen. Und dies in einer, wie ich finde, unnachahmlich schönen Weise ausgedrückt von Fred Riddell, der seinerzeit die Kahn der Yale Law School war. Also gehen wir mal davon aus, dass Gesetzgebung jedenfalls schwierig ist. Dann können wir sie entweder, wie das sehr lange Zeit geschehen ist und bis heute auch von vielen Legisten gesehen wird, als eine Art Kunst betrachten, die nur den besonders Begnadeten geschenkt ist. Oder wir können aber auch versuchen, wissenschaftlich an die Gesetzgebungstechnik heranzugehen. So etwas wie wissenschaftlich fundierte Handlungsanleitungen zu entwickeln. Und das ist es, was etwa seit den 70er Jahren die Gesetzgebungslehre versucht. Das Thema, das mir gestellt worden ist. Die 70er Jahre, wir haben das schon gehört, waren in vieler Hinsicht so etwas wie eine Achsenzeit. Vielleicht auch eine goldene Zeit. Das goldene Zeit ist immer ein bisschen nostalgisch. Aber jedenfalls eine Zeit, in der es in vielen Bereichen, so auch in der Gesetzgebungslehre und eben auch in der Rechtsinformatik, zu entscheidenden Weichenstellungen gekommen ist. Ich betrachte hier nur den mitteleuropäischen Raum, nenne ein paar Namen auf den Folien von Menschen, die diese, wie es wiederum Lachmeier und Reisinger formuliert haben, intellektuelle Marktlücke zu schließen versucht haben. Die Feststellung damals war, es gibt ja so die hohe Ebene der Rechtsphilosophie. Es gibt auch die tiefe Ebene der praktischen Techniken für die Strukturierung und Formulierung von Gesetzen, wie sie damals allmählich in logistischen Richtlinien ihren Niederschlag gefunden haben. Aber es fehlt der Mittelbau. Es fehlt eine theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Zielverwirklichungstechniken, die dem Legisten, die dem Gesetzgeber zur Verfügung stehen, aus denen er auswählen kann, wenn er ein bestimmtes hingestelltes Problem zu lösen hat. Und daran hat man in den 70er Jahren zu arbeiten begonnen. Gleichzeitig hat man, wie wir ja heute schon gehört haben, begonnen, die Rechtsinformatik zu entwickeln, nach anfänglicher Skepsis, die auch schon geschildert worden ist. Jumanns Zitat ist bekannt, der Jurist verhält sich zum Computer etwa so wie das Auto zum Rehen. Manchmal begegnen sie einander doch. Also man hat das eher als Unfall gesehen, denn als einen Weg in die Zukunft. Aber Menschen wie einige hier genannte deutsche Wissenschaftler, viele vom Recht kommen, manche von der Informatik oder der Mathematik kommen, haben dann doch versucht, eine Verbindung herzustellen. Die Frage war, was ist die Rechtsinformatik? Ist sie so etwas? Die Informatiker haben das meistens so gesehen wie eine Bindestrich-Informatik, die den Informatikern gehört. Oder ist es wirklich ein interdisziplinärer Ansatz, was von den Juristen, die sich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, eher durchzusetzen versucht worden ist. Und beides hat Leo Reisinger verbunden. Die Gesetzgebungslehre hat er von der Normentheorie ausgehend studiert und befruchtet. Und die Rechtsinformatik hat er zum Gegenstand grundsätzlicher Werke wie seines Lehrbuchs gemacht. In Österreich ist natürlich immer mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung von ein paar Jahren gegenüber Deutschland, wie das halt so ist, sowohl die Gesetzgebungslehre als auch die Rechtsinformatik ernsthaft betrieben worden. Einige bis heute bekannte Rechtswissenschaftler wie Winkler, Oerlinger oder Schäffer haben die Gesetzgebungslehre zu betreiben. Begonnen, Tagungen organisiert, dann schließlich auch eine Gesellschaft ins Leben gerufen. Gleichzeitig ist auf der Ebene der Verwaltungspraxis mit den logistischen Richtlinien Gesetzgebungstechnik formalisiert worden. In der Rechtsinformatik war vor Reisinger noch Svoboda der Erste, der an der Universität Wien Vorlesungen gehalten hat. Dann kam schon Reisinger und Weinberger und Tamelo sind schon genannt worden, dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Reisinger hat in seinem Lehrbuch ausdrücklich die Forderung an sich selbst gerichtet, gleichermaßen wie für Juristen, wie für Informatiker zu schreiben. Das war gar nicht so selbstverständlich angesichts der Disziplinen, Grenzen, die da bestanden haben. Dennoch ist es auch ihm nicht gelungen, auch seine Bewerbungen um eine Professur an der Universität Wien sind gescheitert, die Rechtsinformatik als selbstständige universitäre Disziplin durchzusetzen. Aber man konnte, und das ist auch schon angedeutet worden zuvor, in die Projektkultur ausweichen. Das hat Leo Reisinger getan, das hat Friedrich Lachmeier getan. Und da sind zwei Projekte in unserem Zusammenhang der Gesetzgebungslehre zu nennen. Das EDV-Versuchsprojekt Verfassungsrecht hat so etwas wie einen Demonstrator geschaffen, dass man mit Hilfe der EDV Rechtsdokumentation betreiben könne. Gleichzeitig hat man auch gesehen, wie teuer das war. Das hat zunächst einmal prohibitiv gewirkt, aber dennoch hat dieses Versuchsprojekt die Grundlagen geschaffen, auf denen später das Riss aufgebaut worden ist. Nicht zuletzt deswegen, weil Friedrich Lachmeier in der normentheoretischen Arbeitsgruppe im Rahmen dieses Projekts die theoretischen Grundlagen dafür geschaffen hat, auf denen später aufgebaut werden konnte. Und dann hat die IBM Österreich, die damals mit dem Bundeskanzleramt zusammengearbeitet hat, einen Projektauftrag erteilt, insbesondere an Friedrich Lachmeier und Leo Reisinger, für ein Projekt zur Analyse der Struktur von Gesetzen. Das war sozusagen ein Spin-off des EDV-Versuchsprojekts Verfassungsrecht. Und hier hat man die Idee verfolgt, ein automationsunterstütztes Verfahren zur Analyse der Struktur von Gesetzen zu schaffen, um damit eine Grundlage auch für die Logistik, auch für die Rechtsetzungstechnik zu gewinnen. Freilich war das Verständnis in der juristischen Öffentlichkeit noch begrenzt. Es gibt ein schönes Zitat aus dem Akt im Bundesministerium für Justiz, der über die Projektvorstellung dort berichtet. Und dahin heißt es, die anwesenden Praktiker dürften eher verwirrt worden sein. Das überrascht uns nicht, ist vielleicht für manche auch heute noch verwirrend, obwohl wir mit der Informatik schon vertrauter sind, dass man das vor 50 Jahren war. Wunderschönes Manzrot, das Buch, das wir auch schon mal gesehen haben, heute auf einer anderen Folie. Ergebnis dieses Projekts zur Entwicklung dieses automationsunterstützten Verfahrens zur Analyse der Struktur von Gesetzen. Wie stellen Friedrich Lachmeier und Eur Reisinger hier die Gesetzgebung dar, als einen Weg vom potenziellen Recht, vom möglichen Recht zum positiven Recht und dessen möglichen Konsequenzen? Im Projekt haben sie sich durch die Analyse des Spektrums möglichen Rechts aufgrund begreiflicherweise dessen Umfanges enthalten und sich mit dem Spektrum möglicher Konsequenzen beschäftigt. Allerdings da auch wieder nur mit dem Bedingungsteil und nicht mit dem Rechtsfolgenteil. Also man sieht, dass man in diesem Projekt schon gezwungen war, anhand eines engen Ausschnitts aus dem Gesamtproblem zu arbeiten und zu argumentieren. Aber man konnte zumindest anhand dieses Ausschnitts die Formalisierbarkeit des Materials demonstrieren. Ich weiß, ich muss mich beeilen angesichts der Zeit. Aus der kybernetischen Sicht auf das Recht, wie es Reisinger hier dargestellt hat, ergibt sich als besonderes Problem der Gesetzgebungslehre für Reisinger, weil eine mögliche Quelle von Störungen des Regelungssystems darstellend die Problematik der Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit von Regelungen und damit hat sich Reisinger in seinen formalisierenden Darstellungen besonders beschäftigt. Die Forderung erhoben, dass insbesondere Steuerungsnormen und die These Luhmanns damals war, dass die Tendenz der rechtlichen Normen immer mehr hin zur Steuerungsfunktion ginge, was auch verständlich ist angesichts der komplex erfährdenden Probleme des Daseinsvorsorgestaates, dass also insbesondere Steuerungsnormen prävenierende Normen exakter und lückenloser sein müssten als bloße Reparaturnormen. Also wenn irgendwas passiert, was man nicht will, dann bestraft man beispielsweise. Und so hat Reisinger es als seine Aufgabenstellung in diesem Projekt formuliert, eine automationsunterstützte Prüfung der Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit von Rechtsnormen zu ermöglichen. Ein gewaltiges Vorhaben, an dem wir bis heute arbeiten. Wir haben jetzt gerade ein Projekt gehabt mit dem griechischen Parlament und einigen Wirtschaftsunternehmen, wo wir mit KI-Techniken in diesem Problem gearbeitet haben und von der Lösung sind wir noch weit entfernt. Aber Reisinger hat vor 50 Jahren das Problem erkannt und sich damit befasst. Und sein Lösungsansatz war eine damals schon am Markt verfügbare Technik, nämlich die Technik der Entscheidungstabellen. Und die hat er jetzt angewandt, wie gesagt, nicht auf die rechtsfolgende Analyse, aber auf die Analyse der Bedingungen von Rechtsnormen. Er hat also die Bedingungselemente, die semantischen Einheiten, die in den Bedingungen vorkommen und die zwischen ihnen bestehenden Relationen, die taxonomischen und die Relationen zu analysieren versucht, also eine taxonomische und eine strukturalistische Analyse der Rechtsnormen. Klammer auf, ganz interessant, im selben Jahr, in dem die Publikation Lachmeyer-Reisinger erschienen ist, ist die klassische Publikation über das Entity-Relationship-Model erschienen, einen Kontinent weiter. Also die Gedanken waren durchaus in der Zeit und umgekehrt formuliert, Reisinger war auf der Höhe der Zeit, also die damals sozusagen im Raum schwebenden Gedanken aufgegriffen, zum Teil parallel entwickelt. Und die Idee ist nun, dass man in einer Entscheidungstabelle, das war, wie gesagt, der technische Lösungsansatz, die möglichen Bedingungen für ein bestimmtes Bedingungsschema auflistet, mit dem Gesetzentwurf abgleicht, also überprüft, welche dieser Bedingungen sind im Gesetzentwurf berücksichtigt und daraus ableitet, welche der übrigen möglichen Bedingungen wären noch entweder zu berücksichtigen, weil vergessen, übersehen, was auch immer, oder wären bewusst nicht zu berücksichtigen, weil sie von der Intention des Gesetzgebers nicht gedeckt sind. Die Entscheidungstabelle könnte man als eine nicht-grafische Entwurfssprache bezeichnen. Einer der Vorteile der Entscheidungstabelle, auch schon auf der damaligen technischen Grundlage, war ihre Übersetzbarkeit in Quellcode, in Programmcode. Da gab es schon erste Werkzeuge, die sowas geleistet haben. Aber was Reisinger als den Mangel der Entscheidungstabelle erkannt hat, das war, dass für die Algorithmisierung des Rechts, für die Algorithmisierung des Gesetzes, die er grundsätzlich als Ziel gesehen hat, notwendige Darstellung der Abfolge von Einzelschritten darin nicht gut abgebildet werden kann. Und daher hat er dann mehr und mehr, das geht jetzt über diese Schrift aus 1976 schon hinaus, grafische Entwurfssprachen präferiert und ihre Entwicklung für die Analyse von Rechtsnormen und für den Entwurf von Rechtsnormen gefordert. Also eine Verwendung von Flussdiagrammen könnte man sagen, oder von Ablaufdiagrammen, um darin dieses dynamische Element in der Abarbeitung rechtlicher Regelungen darzustellen. Einfache Wenn-Dann-Beziehungen, aber eine lange Kette oder Hierarchie oder Folge von Wenn-Dann-Beziehungen. So wie Wolf Karig ist in unserer Mitte, er das dann einmal für das Mietrecht in Angriff genommen hat. Das wäre auch für Leo Reisinger die Vorstellung gewesen. Und da nennt er als Beispiel aus den damals verfügbaren technischen Werkzeugkasten, heute sagt man Toolbox dazu, die DIN 66001 für Datenfluss- und Programmablaufpläne, heute noch existierend, aber nicht mehr sehr stark in Verwendung. Mittlerweile haben wir andere technische Werkzeuge, Modellierungssprachen, UML, SysML, die wiederum, was damals mit diesen einfachen Datenfluss- und Programmablaufplänen noch nicht möglich war, direkt in Programmcode übersetzt werden können, über entsprechende Translator. Und diese Werkzeuge, diese Flussdiagramme, die ihm damals zur Verfügung standen, wollte er dann in einem Unterstützungssystem für den Gesetzgeber implementiert sehen. Nun hat Leo Reisinger also einerseits von der gewünschten Algorithmisierung von Rechtsnormen gesprochen, andererseits aber natürlich gleichzeitig auch das Problem der unscharfen Rechtsbegriffe erkannt, dass der Algorithmisierung nicht unbedingt gut tut. Und da kommt, auch das ist heute schon erwähnt worden, nun der damals noch relativ neue Ansatz, seit etwa 1965, entwickelte Ansatz der, wie Reisinger das übersetzt hat, der Theorie unscharfer Mengen, der Vatersetstheorie entgegen. Und Reisinger nimmt diesen Ansatz auf und argumentiert, mit diesem Ansatz könnte man generelle Rechtsnamen als unscharfe Algorithmen formulieren. Also damit dem Umstand Rechnung tragend, dass Rechtsbegriffe in der Regel zumindest teilweise unbestimmt sind. Allerdings fügt er dann den Satz hinzu, die Erforschung unscharfer Algorithmen hat erst begonnen. Damit wird klar, guter Gedanke, aber nicht unmittelbar verwirklichbar. Und schließlich als letzter Schlaglicht auf die Vorschläge, die Leo Reisinger in seinem Werkzeugkasten für die Gesetzgebungstechnik beinhaltet hat oder aufgenommen hat, die Simulationsmethode. Er skizziert die Arbeitsschritte, die bei der Entwicklung einer Systemsimulation einzuhalten sind. Er nennt die Möglichkeiten der Simulation in der Logistik, Prozesssimulation, Kostensimulation, Verhaltensprognosen und sieht aber gleichzeitig auch die Hindernisse, insbesondere Mangel an erforderlichen Daten. Wenn wir die Systemmodelle aus der Zeit, Forrester und andere betrachten, sind zwar für ihre Zeit großartig, aber beruhen natürlich auf wirklich nur rudimentären Daten, wenn wir uns heutige Begleiter-Sets ansehen. Da haben wir natürlich wesentlich bessere Voraussetzungen, die wir heute in dem, was wir KI nennen, einsetzen können. Gleichzeitig aber natürlich auch der Mangel an quantitativen Variablen in Rechtsnormen. Eben häufig qualitative Begriffe, die darin enthalten sind, keine Begriffe, die quantisierbar sind. Und schließlich, und da greift er zurück auf seine, ja auch in anderen Zusammenhängen geäußerte Kritik an der akademischen Welt, in der er gelebt hat, die mangelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit, die er natürlich auch zwischen Legisten und Informatikern beobachtet hat. Ausgenommen die Projekte, in denen diese Zusammenarbeit gut funktioniert hat. Und so gelangt er, gelangt Leo Reisinger, zu seiner Vision für ein System, zur Unterstützung des Gesetzgebers. Er nennt das LIPS, Logistik, Informations- und Planungssystem. Und in einem solchen System, das etwa ein Gegenstück zu dem darstellt, was es damals schon an Management-Informationssystemen in betriebswirtschaftlichen Umgebungen gab, sind als Systemelemente zum Beispiel enthalten. Eine Datenbank, da schreibt er noch recht allgemein Informationen über die bisherigen Regelungen. Na gut, das ist das Riss. Das ist dann ein Jahrzehnt später verwirklicht worden. Sowie über zu regelnde soziale Subsysteme. Da wird es schwierig. Da sind wir schon bei Datenmengen, die leicht auszuufern drohen. Aber natürlich, wenn man modellieren will, dann braucht man auch sozialökonomische Daten. Eine Modellbank, also verfügbare Modelle, die einsetzbar sind, muss man mal haben. Aber wenn man sie hat, kann man sie in die Modellbank einspeisen. Und dann kann man sie miteinander auch koppeln aufgrund des modularen Aufbaus dieser Modellbank. Das ist Leo Reisingers Vision, ich betone Vision, und eine Methodendatenbank. Also Algorithmen, die zur Lösung von logistischen Formalproblemen zur Verfügung stehen. Und das alles hat er sich gedacht, könnte als eine Stabstelle im Bundeskanzleramt eingerichtet werden. Da wird er wieder ganz organisatorisch konkret. Theorie und Realität der Gesetzgebung begegnen einander dann doch manchmal. In Projekten, auf Konferenzen. Und ich habe als ein Beispiel für diese Begegnung eine Konferenz aus dem Jahr 1980 herausgegriffen. Eine Tagung zur Planung der Gesetzgebung, die nicht zuletzt deswegen organisiert worden ist, um die logistischen Richtlinien 1979 vorstellen zu können. Leo Reisinger hat auch einen Vortrag gehalten nach dieser Tagung und die Gelegenheit benutzt, um zu kritisieren, dass insbesondere die von ihm vorgeschlagenen Flussdiagramme in den logistischen Richtlinien nicht berücksichtigt worden seien. Nächste Ausgabe 1990 finden sie sich immer noch nicht und seither hat es keine neue gegeben. Aber das Interessante an der Konferenz war, dass auch Praktiker eingeladen waren. Heinz Fischer zum Beispiel. Zwar auch damals schon habilitiert an der Universität Innsbruck, aber als Klubobmann der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion, damals sozialistischen Parlamentsfraktion, ein langjähriger Praktiker, der sehr klar gemacht hat, woran es scheitert. Da ist zunächst einmal der Zeitfaktor. Das muss alles sehr schnell gehen. Der Politik, Klammer auf, heute noch viel schneller als im Jahr 1980, Klammer zu. Langfristige Planung in der Politik ist schwierig. Für eine Alleinregierung, wie es sie damals gegeben hat, noch eher möglich ist für Koalitionsregierungen, wie sie heute existieren. Jedenfalls aber begrenzt durch die Dauer einer Gesetzgebungsperiode. Und die Kritik an der Gesetzesflut, die ihrerseits wiederum zur Überlastung des Gesetzgebers, des Parlaments, aber natürlich auch der vorbereitenden Ministerien beiträgt, verweist Heinz Fischer mit Recht auf die Entwicklung zur systemverändernden Gesetzgebung. Und mittlerweile verändern wir Systeme in noch kürzeren Abständen. Und dann hat es eine interessante Diskussion, eine Podiumsdiskussion gegeben zwischen drei Abgeordneten. Einer ist heute schon genannt worden, Weselsky, Neisser und Frischenschlager, die wahrscheinlich auch allen noch bekannt sind, waren auch dabei. Und die haben ein, wie das Protokoll der Tagung zeigt, für viele aus der Universität kommende Teilnehmer überraschendes, ja erschütterndes Bild von der Machtlosigkeit der Abgeordneten entworfen. Ja, sie sind einfach überfordert. Sie haben so viele tausend Seiten, die sie beschließen müssen, dass sie sie nicht einmal lesen können. Sie haben keine logistische Infrastruktur, die ist, wenn überhaupt, in den Ministerien vorhanden. Und schließlich damals noch relevant, die starke Bindung durch Sozialpartnerkompromisse, an denen man dann nichts mehr verändern kann, wenn sie mal im vorparlamentarischen Raum getroffen worden sind. Und daran hat sich nicht viel geändert, mit Ausnahme der Sozialpartnerkompromisse. Die sind mittlerweile viel weniger relevant. Dafür haben wir eine Bindung durch das europäische Recht im europäischen Merebenensystem, das in vieler Hinsicht zu Schwierigkeiten in der Überbrückung zwischen diesen beiden Ebenen führt. Und mein Ratanstrang hat darauf schon hingewiesen, dass es vielleicht nicht einmal ernsthaft gewollt ist, hier wirklich eine Harmonisierung herbeizuführen. Aber vieles, was ansonsten festgestellt worden ist von den Abgeordneten, die damals gesprochen haben, ist heute genauso gültig. Das Parlament hat immer noch keine ausreichende Logistikkompetenz. Die langfristige Planung ist nicht leichter geworden. Auch nach wie vor ist die Gesetzgebungsperiode die Frist, innerhalb der man planen kann. Darüber hinaus ist Planung politisch ziemlich sinnlos. Die Geschwindigkeit hat zugenommen. Wir erinnern uns alle noch an das Wort von Andreas Kohl, Speed Kills, das er dann in Speed Wins umgewandelt hat, womit er zum Ausdruck bringt, wer schneller ist, der kann seinen politischen Kontrahenten ganz einfach überwinden. Und das ist ganz oft das Ziel, das man in der Gesetzgebung verfolgt. Und schließlich sind, anders als im Jahr 1980, als es eine Mehrheitsregierung, eine Alleinregierung einer Partei gegeben hat, in den Koalitionsregierungen, die wir mittlerweile haben, die innerkoalitionären Willensbildungen oft schon so schwierig, dass es fast unmöglich geworden ist, dann auch noch mit Oppositionsparteien oder zivilgesellschaftlichen Interessenträgern Entwürfe, die innerhalb der Koalition abgestimmt worden sind, weiter zu verhandeln, weil man das Paket nicht mehr aufschneiden kann. Also Problemlage unverändert. Lösungsansatz, logistische Richtlinien, hat die technische Qualität der Gesetze mit Sicherheit verbessert, zumindest aus einem Maßstab, an dem sie gemessen werden kann, hat sich aber seit 1990 auch kaum mehr verändert. EU-Adendo 1998 seither nur noch marginale Veränderungen. Das heißt, kein Eingehen auf die elektronischen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben. Etwas, was Friedrich Lachmeier vor 20 Jahren schon gefordert hat. Steiermark übrigens, also ein besseres Beispiel im Vergleich zum Bund. Also einen Fortschritt können wir nennen. Die Wirkungsfolgenabschätzung, die mittlerweile verpflichtend ist, wird nicht immer sehr liebevoll betrieben, aber ist zumindest mal als Instrument vorhanden. Zeitdruck eher vergrößert worden, auch durch die informatische Unterstützung, die im E-Recht gegeben ist. Also für die inhaltliche Qualität nicht immer ein Vorteil. Das heißt, die Herausforderungen, die Leo Reisinger gesehen hat vor einem halben Jahrhundert, die bestehen weiter. Und die Lösungsansätze, die er aufgezeigt hat, die wird man sicher transponieren müssen in die heutigen technischen Möglichkeiten, also zum Beispiel KI. Aber auch diese Lösungsansätze scheinen weiterhin diskussionswürdig, wie zum Beispiel der Lösungsansatz der Simulation, für den wir heute ja viel bessere Voraussetzungen hätten als damals. Freilich hat die Politik gelernt, mit Unvollkommenheit zu leben, mit der Unvollkommenheit der eigenen Entscheidungsgrundlagen und mit der Unvollkommenheit der eigenen Entscheidungen und auch mit der Unvollkommenheit der Gesetze. Dennoch, ich schließe mit einem Zitat, das alle von Ihnen kennen, die irgendwann einmal aus rechtspolitischem Interesse oder beruflicher Verpflichtung Gesetzentwürfe studiert haben. Da gibt es im Vorblatt dann immer die Auswirkungen auf bestimmte Bereiche und dann gibt es die Alternativenspalte und dann steht immer Alternativen, Alternativen keine, bestenfalls Alternativen bei Behaltung des gegenwärtigen Zustandes. Meistens aber Alternativen keine. Und da setze ich ein großes Fragezeichen, Alternativen gibt es immer. Leo Reisinger hat uns einige aufgezeigt und sie sind auch heute noch wert diskutiert zu werden. Danke. Danke. Vielen Dank.